So Leute, wir zocken heute Alone in the Dark. Ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe. Die Demo dazu haben wir schon im Steam gezockt. Mal gucken, wie das Hauptgame jetzt ist. Ich würde sagen, gehen wir direkt rein ins Game. Was ist denn der Kater? Was haben wir denn da? So wie vom Teufel? Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich uns... Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hardwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Sieht das geil aus hier. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Sedal? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Grey und seine Psychoanalyse. Ich dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist es nur Einbildung? So legte es sich zurecht, Mr. Curnby. Alles um die Wahrheit zu meiden. Die wäre... Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hardwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Also wir sind auf der Suche nach Jeremy Hardwood und Shit. Mein Onkel ist krank, Mr. Curnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich dann hier? Gab es kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde Sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erst mal. Wir müssen also Jeremy finden. Okay, wir können jetzt zwischen zwei Charakteren wählen. Entweder wir nehmen Emily Hardwood und suchen dann nach ihrem vermissten Onkel, den Jeremy. Oder wir nehmen Edward Curnby. A.K.A. David Harbour. David Harbour kennen wir natürlich aus Stranger Things. Kennt ihr sicher? Hat ihr sicher geguckt? Ist sogar, glaube ich, die gleiche Synchronstimme. Und hier ist es Jodie Comer, die, glaube ich, Millie Brown spielt, ne? Äh, genau. Edward Curnby. Gehen wir mal rein. Das ist geschehen. A.K.A. David Harbour. Hallo? Hallo? Sieht verlassen aus. Kann nicht sein. Es muss jemand hier sein. Warten Sie hier. Ich sehe hinten nach. So, Kapitel 1. Und damit herzlich willkommen zu Alone in the Dark. Finde einen Zugang zum Haus. Okay, wir sind im Haus. Okay, wir sind auch nicht im Haus angekommen. Scheint an sich hier in der Garage zu sein. Und, wie ihr schon eben mitbekommen habt, müssen wir nach dem verschwundenen Onkel Jeremy suchen, der sich hier in der Nähe befinden soll. Ob der wahrscheinlich noch da ist, wissen wir nicht. Zumindest hat das der Brief verraten. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was gibt es denn hier so Schönes? Ist das eine Taschenampel? Na, was haben wir denn hier? Was ist das? Ah, eine Taschenampel. Küchengartenschlüssel. Schlüsselgegenstand. Küchengartenschlüssel? Um die ein- und auszuschalten. RT. Okay. So, dann schauen wir uns mal hier um. Ist das ein Automotor? Ja, ne? Okay. Sieht schon mal geil aus, ne? Oh, was war das? Hallo? Ah, okay. Ich kann meine Schlüsse benutzen. Ich glaube, irgendwer ist hier. Ach du Scheiße. Was für eine kranke Grafik. Diese Szene hier. Hände ich ein bisschen an Last of Us 2. Oder an Last of Us 1. An die Orte, wo wir die Häuser erkundet haben. An die verlassenen Häuser. Und deren Garten. Genau so sieht es auch dort aus, ne? Also mit dieser Vegetation. Das sieht ja richtig krank aus, oder Chad? Chad, was sagt ihr? Sieht das sich heftig aus? Gib mir ein bisschen Last of Us 1. Ja, warte, habe ich gerade gesagt? No. Last of Us 1, oder? 2 definitiv. Auf jeden Fall. Das war 1 mit Ellie, meinst du? Ja, aber wenn ihr also an diese Gärten denkt von den Last of Us. Ja, okay. 2 könnte es auch sein. In beiden Teilen gibt es halt so Häuser, ne? Aber es gibt mir halt echt, echt so Last of Us Vibes. Scheint halt sehr verlassen zu sein dort hier, ne? Moin, Kampfharmster. Was geht? Okay, dann gehen wir mal direkt round. ins Haus. Hallo, ist jemand? Alter. Ja, der Baum ist sehr groß auf jeden Fall, ne? Haushälterschlüssel. Ne, Haushälterin. Haushälterin. Schlüssel, ja. So, jetzt ist es richtig. Hä, was sind das für Geräusche? Hä, was sind das für Geräusche? Hallo? Redet da jemand? Ja, ich frage mich auch. Das ist ein bisschen angezogen wie Indiana Jones, ne? Mangelt, ne? Haushälterin. Schlüssel. So. So. Die Tür aufschließen. So. Nehmen wir hier mal rein. Finde die Eingangstür und lasse Emily Hartwood da rein. Okay, wo ist die Eingangstür? Das ist die Küche, ne? Boah. Was für eine kranke Atmosphäre. Also, grafisch überzeugt mich, ist das Game schon übelst. Was haben wir hier? Getränke. Okay, mit diesen Getränken können wir uns wahrscheinlich healen, ne? Ja, das Game soll halt auch ein bisschen, glaube ich, diese Resident Evil-Vibes haben. Im Gegensatz zu Resident Evil soll das hier ein bisschen mehr auf die Rätsel basieren, anstatt jetzt so die ganzen, ähm, die ganze Action, die es bei Resident Evil gibt, ne? Der Resident Evil ist so ein bisschen mehr Action und das Ganze, das Game ist so ein bisschen Rätsel basiert, wisst ihr? Rattengift. Lagniappe. Tüge, was machen wir denn mit Rattengift? Was war das? Um den, den du immer wieder Spiel finden kannst. Äh, das Vervorstände von Sets wird verbotenes Wissen, manchmal sogar noch mehr frei schalten. Okay, dadurch schalten wir verbotenes Wissen frei. Bleiben von Spiel zu Spiel erhalten, okay. Eigentlich kann es gar nicht vervorstellig werden, ohne sowohl Carmbis. Ja, okay. Also wir können halt Sets vervollständigen und schalten an die verbotenes Wissen frei. Fällt ein bisschen an, so wie Harry Potter. An diese, äh, verbotenen Zauber. Am Ende, wir können in dem Game einfach zaubern, ey. Das wär krass. Okay, was haben wir hier? Hier, wie viele Pistolenkugeln finden wir hier? So, wir müssen genau Emily mal reinlassen, ne? Was haben wir hier? Sabotage, Hinweis. Bitte den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht, der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Okay, die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht, der soll sich das Leck mal ansehen. Also es gibt ein Leck. Den Kessel, es funktioniert immer, die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Okay. Das Ding hier? Okay, das heißt, wir dürfen da nicht reinlaufen, ne? Okay, das müssen wir wahrscheinlich vervollständigen, so wie es aussieht. Du verzeichnest drei Flüche, meinst du, oder? Ja, genau. Welche waren es nochmal? Und moin, so wie das geht. Ich muss da irgendwo die Eingangstür sein. Okay, ist alles verschlossen. Ich glaube, da vorne ist die Eingangstür, weil ich mich irre. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um die Eingangstür zu öffnen. So, wo könnte er sein? Bodenplan von der Situ, der Ketto. Wie wird es ausgesprochen? Der Situ, der Ketto? Der Setu, glaube ich, ne? Ach, scheiß drauf. Okay. Pfleger. Ah, der Situ. Ah, der Situ. Damit sie mit ihrem Onkel reden konnte. Okay, die alte Villa-Plantage wurde halt sozusagen von einem Neuertsstaatler namens Dr. Grey am Leben gehalten. Dieser Dr. Grey hat sozusagen das Ganze am Leben gehalten. Was er daraus gemacht hat, steht hier nicht. Und der Direktiv Kambi, ja, der ist am Regenplatz, ne? Jetzt müssen wir mal die Tür öffnen. Okay, Veranda-Schlüssel. Hey, was? Hey. Okay, hier brauchen wir nochmal einen extra Schlüssel, ne? Hier auch nochmal einen Schlüssel? Ne, das lässt sich öffnen. Desetto. Genau. Lottis-Tag-Bohr. 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wiedergutmachen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmittel nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Sie haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas. Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Also Jeremy ist anfangs verschwunden und diese Lottie hat nach Jeremy gesucht. Und der Hund hat irgendwie eine Spur von seltsame Freundes aufgespürt, der das Haus durchdringt. Und das ist sozusagen der Hinweis darauf, wo er sein könnte. Okay, strange. Moin, SXR. Was geht, was geht? Okay, die Story ist schon ein bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. So, halte das Tech-Pack gedrückt, um die Karte zu öffnen. So, genau. Wir sind jetzt hier. Ah, das ist ja wie in Ways and Evil, ne? Welche Türen verschlossen sind, was abgeschlossen ist, wo man noch etwas finden kann. Ja, das ist ja übelst geil. Okay, wir können jetzt auf die Veranda gehen. Wir haben ja den Veranda-Schüssel. Dann gehen wir da mal rein. Hier geht's im Chat, der Reporter, hier bleibe ich. Was geht? Das geht. Sehr schön, sehr schön. Ja, die kennen sich halt aus, mit den verboten Cyber-Sprüchen. Alter, sieht das krass aus. Ich glaube, auf dem PC wird das noch besser aussehen. Okay. Müssen wir verwendet hoch. Die Tür ist natürlich auch abgeschlossen. Warum ist eigentlich jede verdammte Tür hier abgeschlossen? Wie kann das sein? Nein, ich meine, ist die hier offen. Stempel. Verlorene Kinder. Okay, eins, zwei, drei. Öffne den Schrotflintenschrank. Können wir damit, wenn wir alle Sachen gesammelt haben, den Schrotflintenschrank öffnen? Oder was ist damit gemeint? Ich bin seit 32 Jahren, 23 Jahren Potterhead und wir schlingen die Bücher immer noch. Glaubt ihr, ich habe kein einziges Buch gelesen, immer nur die Filme geguckt? Lohnt es sich, die Bücher alle zu lesen, Chad? Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober des letzten Jahres hat die amerikanische Wirtschaft schwer gelitten. Tausende Firmen sind bankrott und ein großer Teil der amerikanischen Arbeiter ist nun arbeitslos. Um das Ruder herumzureißen, hat Präsident Herbert Hoover das Smooth-Hawley-Zollgesetz unterschrieben. Durch das Regulieren des internationalen Handels hofft die Regierung, einen Anreiz für die US-Industrie zu schaffen, mit billigen Importwaren aus dem Ausland zu konkurrieren. Aberglaube verbreitet sich. In diesen schweren Zeiten profitieren Voodoo-Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Während die Wirtschaft seit dem schwarzen Donnerstag des letzten Jahres gebeutelt ist, wenden sich immer mehr Menschen den Hexendoktoren und Schlangenbeschwörern zu. Zum Tag des Johannisfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Poncha-Train-Sees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbätern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Im 19. Jahrhundert sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Boah, reicht. Alter, wie lang ist der Text? Stellt euch mal vor, wir müssen das alles vorlesen. Also ich würde das nie im Leben selber vorlesen, sag so wie es ist. Na klar, wieder verschlossen. Das ist echt geil gemacht, dass sie die Sachen hier vorlesen. Ich brauche den Schlüssel. Ja klar, ich brauche für alles hier einen Schlüssel. So, wir könnten mal hochgehen und checken, was es oben gibt. Danke. Ach, da ist die Eingangstür. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Wer bist du? Verzeihung, tut mir leid. Ich bin Edward Cranby, Privatermittler. Ich hoffe, stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen einander mal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cranby, Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle. Zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen. Okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge. Aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ja. Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört auch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt! Warten Sie! Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang. Die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent. Danke, Madame. Dr. Gray, der Chef kommt gleich. Okay, das ist dein Zimmer. Ja, schauen wir mal. Suchen Jemmys Zimmer nach Hinweisen. Und, äh, Ramell, danke für dein Follow. Ah, wir haben eine verschlossene Kiste. Können wir die Dinger bewegen? Ne, anscheinend nicht. Das Kollektar Nebenbuch. Dunkel an der Schwelle meines Zimmers erzählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonen-Sultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genau vorausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Such dieses verschleierte Gesicht meiner Nichte auf die gleiche Weise heim? Kloster von Taroela? Würde ich dich dort finden, Juan? Das Ruhn. Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über die Bücher und die Öfen erhebt. Sie soll Ihr Grab sein. Dort können Sie ruhen und ich um Sie weinen. Kloster von Taroela. Ich könnte mich so im Beschichten Kloster der Ruhe schenken. Vielleicht ist er dorthin, kann das sein? Oh mein Gott. Wie ist es gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde? Das sind meine Erinnerungen. Meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance, wenn gleich eine winzige Taroa ja zu sägen? Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ich will neben Juan unter dem Bodibaum sitzen. Neben Juan unter dem Bodibaum sitzen. Als sie mir den Talisman verkauft hatte, enttüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin, mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Toncre reisen. Stattdessen erzählte sie grausamerweise Batiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässlichste Art und Weise verraten und getötet werden würde. Dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weissagung. Krass, Story. Hangover, bedanken wir deinem Follow. Und SXR auch, bedanken wir deinem Follow. Okay, ähm... Ja, das ist halt ein bisschen... Wie soll ich sagen, Chad? Warum ist das so schwierig geschrieben? Also... Ich hab gefühlt 10% davon verstanden, was das stand im Buch. Geht's nur mir genauso oder euch auch, Chad? Was da gerade gesagt wurde. Ich hab ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taro Aya gehört? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Genau, das hab ich auch verstanden. Klingt nach einem Hinweis. Ne, geht mir genau so. Ist schon ein bisschen schwierig. Das Spiel ist halt ja auch, ähm... in 19. Jahrhundertspielen und vielleicht ist es deswegen so schwer verständlich geschrieben. Wisst ihr, was ich meine? Kann man das nochmal lesen? Klar, warum? So, wir haben jetzt die bemalte Schei... Wir haben jetzt die bemalte Scheibe. Die können wir jetzt hier einsetzen, theoretisch. Dann müssen wir diese Dinger hier miteinander austauschen und können hier die Kiste öffnen. Mal gucken, was sich jetzt hier in der Kiste drin befindet. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Was macht die da unten? Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Was ist hier denn mit dem ganzen Bilderaum? Oh, wow. Beeindruckend. Das sieht krass aus. Das will ich behalten. Hä? Hast du sie jetzt abgemacht, Digga? Ich dachte, das Ding wäre verschwunden gerade. Okay, dann gehen wir mal zu Dr. Gray und schauen, was der von uns jetzt will. Was er sich gerade wohl denkt. Miss Hartwood. Emily? Na ja, sie sind schon weg. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Hä? Hat sich der Ort gerade verändert? Untersuche den Laden an der Ecke. Alter, was ist denn jetzt passiert? Sind wir jetzt in einem anderen Ort? Und Tequila. Vielen Dank für dein Follow und guten Abend. Wie geht es dir, Tequila? Alles gut. Ich dachte, wow, du warst gerade das gerade mit dem Bilderaum. Ich habe es gerade auch nicht gecheckt. Also das Zimmer ist gleich. Aber irgendwie sind wir trotz dessen an einem anderen Ort, oder? Warte, ich gehe mal runter. Ist das Haus auch anders? Hat sich das jetzt auch verändert? Ja, alles gut. Und bei dir bei mir ist auch alles gut. Wie weit bist du schon mit dem Game? Wir haben gerade erst angefangen vor etwa 40 Minuten. Deswegen noch nicht so weit. Ich habe gerade Stromausfall. Komplett random. Also warum das? What the fuck? Ähm. Hast du das Game schon gut? Tequila. Oh mein Gott. Haben wir Ways and Evil, oder was? Komm her! Digga, wo kommt der denn her? Nachladen! Bruder, nachladen! Ah, okay, okay. Mit B weihe ich mir dann aus. Ach, du Scheiße! Wie lange dauert es nachladen? Okay, okay. Den ersten haben wir besiegt. Ach, du Scheiße! Habe ich mich gerade erschrocken. Äh, mit bisschen an Ways and Evil wirklich, muss ich zugeben. Das ist ja das erste Mal, dass ich das Game zocke. Überhaupt Alone in the Dark, die Reihe. Aber jetzt, wo ist, wo ist denn der andere? Da war gerade noch einer, oder? Nein, noch nicht. Bin ja mal lügen. Ja, das schaust du dir an. Vielleicht gefällt es dir. Vor allem die Wheezy-Vibes finde ich auch. Finde ich auch. Ist der Typ von Stranger Things, dieser Hopper, oder wie der heißt? Ja, das ist tatsächlich von Stranger Things derjenige, ja. Habt ihr ihn wiedererkannt an der Stimme oder am Aussehen? Da kann ich nicht lang gehen. Okay, wo... Welchen Laden müssen wir denn? Was haben wir hier? Nochmal Pistolenkugeln. Ich zock's auf der P5. Was zur Hölle ist hier los? Alter, was ist hier los, Digga? Drücke LT hier, um zu sprinten. Müsst du uns eventuell diesen Laden hier angucken? Hallo? Ist jemand da? Lassen Sie sie nicht rein, Kompär. Das sind nicht die Guten. Sind sie... Ist das Ihr Laden? Hier gehört niemandem was. Wir sind alle fremde in Jeremys Geschichte. Jeremys Geschichte? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben's noch nicht geglaubt. Ich bin Detective Edward Convey. Ich wurde von Jeremys Nichte angeheuert. Oh ja? Wie viel bezahlt sie denn? 150 Dollar. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Sind Sie ein Grübler, Kompär? Nur wenn's nicht anders geht. Ich glaub, Jeremys versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman? Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sie wissen ja so einiges, Kompär. Ja, die Mama Loa. Hier, der Schlüssel. Ich hab das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Wenn sie da hingehen, finden sie vielleicht Hinweise, die ihnen helfen. Danke. Ich seh mich um. Okay, das ist crazy. Also, der Jeremys hat irgendeinen Pakt geschlossen. Und wir sind in seiner Geschichte drin. Und müssen jetzt in seiner Geschichte nach ihm suchen. Und der hat einen Talisman. Einen Juju-Talisman. Okay, das ist crazy. Crazy, sorry. Aber es hängen drei Schlüsse an der Kette. Eins für Mrs. Jacksons Raum im Französischen Viertel. Und noch zwei, die an zu der Kette gehören. Einer für die Vergewaltung. Einer für die Verwaltung. Und einer für die Bibliothek. Aha. Geht zu Mrs. Jackson und erfahren mehr über Jeremys Talisman. I'm sorry, Miss Jackson. Was haben wir hier? Nichts. Hier waren nur Pistolenkugeln. Ähm, was ich mir nochmal angucken wollte, ist nämlich... War das das Kolatenbuch? Ein Buch in die Jeremys eingetan. Äh, die Menschen in der Seto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Die Menschen in der Seto werden gefährlich. Ich glaube, wir müssen uns das alles mal angucken. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Wie kann er nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte? Die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen. Alles. Es sei denn, ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein. Oder vielleicht Borgard. Okay, die Leute wurden halt zu einem Verrückten in diesem Haus und er hat versucht, mit Dr. Gray zu sprechen. Und Dr. Gray dachte, der Typ ist komplett durchgedrückt. Also, Jeremy sind alle verrückt. Die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in die Welt rufen. Es sei denn, ich kann den Sekretär von Ms. Waits. Der Sekretär ist der einzig Normale. Oder vielleicht Borgard. Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein. Außer mir. Also, er ist sozusagen einen Vertrag, einen ungerechten Vertrag mit dem Schattenmann eingegangen. Er hat so eine Art Gefängnis, wo er gefangen ist. Alle werden sicher sein, außer mir. Das heißt, um die Leute, er hat sich sozusagen selber geopfert für die anderen, damit die anderen sicher sind. Außer halt sozusagen er selbst oder was? Ist das so richtig zu verstehen? Er versucht halt sozusagen, die Leute aus der Seto zu retten, indem er sozusagen ein Pakt mit dem Schattenmann eingegangen ist. Okay, sehr, sehr komische Story. Crazy, ey. Was ist das für eine Story? Okay, jetzt muss ich mir jetzt irgendwie versuchen zu merken. Totes Reptil. Okay, genau. Wir können ja auf die Karte gucken. Haben wir eigentlich? Die Karte ist hier nutzlos. Okay, vielleicht gibt es hier irgendwo auch nochmal eine Karte. Für das Gebiet hier. Okay, die Tür ist zu. Ich rede mal mit dem Regenau. Okay, er kommt anscheinend nicht mit. Kann ich irgendwas tun für... Tut mir leid, ich habe den Namen nicht mitbekommen. Lott ist, sagen Sie einfach meiner Schwester Lottie, dass es mir gut geht, wenn Sie sie sehen. Lottie? Okay. Also, das ist der Bruder von Lottie. Deren Tagebuch, also ihr Tagebuch haben wir ja vorhin gelesen. In dem Stadt, dass sie jetzt nach Jeremy sucht. Also müsste hier auch irgendwo sein. Okay. Da kann ich nicht lang gehen. Wo müssen wir denn lang gehen? Wir haben einen Schlüssel für das Tor. Hier lang vielleicht? Oh mein Gott. Warte, was ist das für ein Monster da hinten? Hallo? Gegenstände können nach Gegen... Dann warf man halt R2. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was ist das für ein Viech? Alter, was war das denn? Was war das denn für ein Viech? Krass. Ich trinke mal ganz kurz. Erstmal kurz das zur Beruhigung. Junge, Junge. Sieht das crazy aus. Lag hier irgendwas? Wir können mit Gegenständen abwerfen. Ja, die wollten nur spielen. Oder der. Ist das eine Steine, mit dem wir werfen? What the fuck? Ja, anscheinend schon. Boah, das Setting sieht echt geil aus. Haben wir irgendwas? Nee. Ich dachte schon. So, wir haben ja eine Taschenlampe. Ich vergesse das. Hier ist das Tor, von dem er erzählt hat. Ich gucke nochmal, bevor ich durchgehe. Okay, wir haben eine Beil. Da kann ich nicht lang gehen. Wir haben eine Nahrkampfwaffe. Die greifen wir mit an. Oh mein Gott. Hier wird doch irgendein Ritual durchgeführt. Denkt ihr, dass das Blut? Oh mein Gott. Tschüss, Digga. Woher? Woher? Also, auf den Kopf zu treffen, ist echt schwer. Okay, der ist dead. Ich bin euch ehrlich, den Kopf zu treffen, ist echt schwierig, ne? Ja, die Steuerung ist ein bisschen mühselig, ne? Muss ich echt zugeben. Also, jetzt nicht so gut wie in Resident Evil. Digga, ist da noch einer? Oder bilde ich mir jetzt gerade einen? Oh, blöken! Okay, und tot ist das Ding. Sehr schön. Das Monster hat mich ein bisschen an Left 4 Dead. Easy, tot. Alter, wie viele waren das gerade? Noch eins für das Set. Wie hieß denn das Monster in Left 4 Dead? Ich glaube, das war ein bisschen Boomer gewesen sein, oder? Weil der spuckt ja auch irgendwas aus seinem Mund. Irgendeine Art Säure, die uns dann verletzt. Könnte es sein, dass die Monster ein bisschen von Left 4 Dead inspiriert sind? Diese Rituale mich immer aus Vampire Diaries in Over Urgent ist. Hat von was von Last of Us. Findest du er so? Das hier? Ja, ich finde es hier auch so ein bisschen. Last of Us Vibes hat das schon. Sieht sogar besser aus. Guckt euch das mal an. So mit dem Palm und dann mit der Vegetation. Weil das so, ähm... Das sieht tatsächlich so aus, als ob hier irgendeine Zombie-Apokalypse gewesen wäre, oder? Ja. Ich erkenne diesen Ort wieder. Was ist das denn? Das ist Miss Jacksons Seance-Salon. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen zu Jeremys Talisman. Es ist der Talisman. Genau wie der in dem Gemälde. Okay, wir haben den Talisman gefunden. Genau den, wie im Gemälde damals er über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die Engra wie in den Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre als zu sein. Aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der politisch schwarze Sonnen stand in der Mitte hat ein Gläsernschimmer und erweckt den hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt. Okay, da haben wir schon mal hier das erste Rätsel. Ich schätze, er braucht Zahlen. Okay, wir müssen nach Zahlen Ausschau halten. Wahrscheinlich in irgendeiner Notiz steht die Zahl oder stehen die Zahlen, die wir hier brauchen. Ja, dann schauen wir uns mal um. Soll das New Orleans darstellen? Wollte er passen, dass heute Voodoo betrieben wird? Es könnte tatsächlich sein, dass New Orleans darstellt, ja? Kannst du mal gucken, Hakoron? Vielleicht steht irgendwas was da zum Internet. Kann ich nicht die Tür öffnen? Anscheinend nicht. Ja, von dort kommen wir. Hey, warum kann ich die Tür nicht öffnen? Habe ich keinen Schlüssel-Chat oder warum kann ich das nicht öffnen? Ich glaube, wir haben die Schlüssel gar nicht dazu, ne? Was geht, Mokka? Alles gut, oder? Ich nehme gar keine Karte. Eine Karte wäre jetzt nicht schlecht, bin ich euch ehrlich. Ich schaue mich nochmal hier um. Okay, woher wir erstmal den Schlüssel? Die anderen Türen sind auch verschlossen, das heißt, die kommen da nicht rein. Der Typ ist, glaube ich, aus der Puste, oder? War hier auch nochmal ein Zimmer? Ne. Okay, also, wo könnte der Schlüssel sein? Hier ist nichts. Ja, top, danke. Freut mich zu hören. Okay, von dort kommen wir. Das heißt, hier gibt es kein Zurück mehr. Chat, habt ihr eigentlich damals Alone in Bedark gezockt? Also, die alten Teile? Du bist nicht in Ordnance, als das von Jeremy's Pact stand ein Google so. Also, das soll in New Orleans darstellen. hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, wo kriege ich denn die Kote her? Ich glaube, das ist das erste Mal vom Game höre. Aha. Eins, zwei, drei, Talisman-Bauplan. Laut Stein sind 13 nicht. Das ist nicht mehr ziel, aber es ist ein Anfang. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Okay, okay. Warte, erst mal wie rum. Okay, 3, 5, 8. Und dann kommst du das mal. Hä? 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 Warum geht das nicht auf? Ich check's nicht. Ich bin zu dumm dafür. Warte, ich guck mir nochmal einen Talisman-Dings an. Den Talisman-Bauplan-Trasse mit Schwarz-Sonnen-Stein. Laut Sternen sind drei zahle ich meine Brücke zwischen den beiden. Das ist halt um Lennon zu lassen. Ich mein's hier, weil es ist ein Anfang, drei-fünffach. Wie müssen wir das denn platzieren, Digga? Chat. So, rechts sind Zahlen, Digga. So, drei, fünf... Acht. Das ist das Sofa. Aha, die Tür ist offen. War das hier nicht irgendwas zum Sofa? Und das Gemälde ist auch nicht hier, ne? Ah, wir sind jetzt Dr. Gray. Der bin ich. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective. Ich bin nicht erpicht darauf, dass Fremde hier herumschnüffeln. Ah, Detective Edward Carby, Decatur Street, New Orleans. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Mulu-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mach nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSatto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Tja, das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Na klar. Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armaniac oder Cognac? Äh, Cognac. Geben Sie mir den billigen. Ich bin kein großer Connoisseur. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Das verstehen Sie sicher. Schon. Aber er ist verrückt. Und verschwunden. Warum? Hier. Trinken Sie. Oh, schmeckt köstlich. Oh, ist gut. Ist gut, Chat. Das ist ein Sidecar. Der Trick ist, keine Angst vor der Säure der Zitrone zu haben. Und um Himmels Willen nicht mit dem Likör übertreiben. Okay. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Aha. Ja. Mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor, Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen oder die einfach gar nicht sein sollten. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf ein Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Sie wären sicher dankbar für Ihre Hilfe. Ja, ich habe vorhin mit Batiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann. Aber wir sehen uns sicher wieder. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg. Kapitel 2. Detektiv Carnby, wie haben Sie... Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie... Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht, warum. Nein, ich meine etwas... Unerklärliches. Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie es. Ich kriege es raus. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich? Es war Spanisch. Taruella. Ja, da muss ich hin. Detective? Taruella. Taruella. Ja. Sicher. Gehen Sie zu Gray. Wir reden später. Also, Sie müssen nach Taruella. Und dort soll sich dieser Jeremy befinden. Suche nach erst rum. Dieser Talisman hat mich im Nu aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Taruella. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Bro, das Game ist schon mies kompliziert. Das ist schon komplizierter, als ich mir vorgestellt habe. Aber irgendwie gefällt es mir. Es gibt mir so einen gewissen Vibe. Wisst ihr, was ich meine? Nur wäre es jetzt besser, wenn wir langsam die Karte hier finden. Damit wir eine gewisse Orientierung haben im Spiel. Okay, Zimmerschlüssel Nummer 6. Personalpatientenliste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen. Aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergt er Sado sechs Gäste. Malcolm McAfee und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Okay, wir müssen in den zweiten Stock gehen. Müsste diese Elisabet, Elisabetta Perosi. Okay, Wade ist ja der Sekretär. Das heißt, der, der gerade geredet hat, das war wahrscheinlich der Sekretär, ne? Der der Einzige ist, der noch bei Verstand ist. Porsche. Patientnackte. Cassandra Bogart, die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was ihr Agent uns gesagt hat. Cassandra leitet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Das ist gerade lauter geworden. Mr. Shadow legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir ihren Lebenslauf zusammenfassen? Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Bogart ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, der in Talentius-Ernlichen Verhältnissen zu Starroom gebracht hat. Vor fünf Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakoff-Syndrom. Aha, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Fantastisch. Es ist aber nicht mehr lange bis Juni. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Was geht ab, Mob? Wir werden unser Bestes tun. Grace Saunders, elf Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grays Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Danke, Doktor. Ich kümmere mich um den Papierkram und weise sie ein. Ach, das ist der Doktor, der die ganze Zeit redet. Also ihr Vater ist gestorben und die Mutter hat sie hier hingeschickt, damit sie von einem anmäßigen Gentleman, was steht da? Von einem Gentleman, anständigen Gentleman überwacht wird. Damit die Hebranwachs noch schlimmer präventiert wird. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in das Shadow eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös. Nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Hm. Meinungen zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Okay, der hat selbst eingeliefert. Er ist halt ein bisschen betrunken ab und zu. Und weiß selber nicht, was er sagt. Aha. Elisabetta Perosi. Tschüss, Bruder. Der Seto ist eingebrochen. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Da muss sie ja 13 gewesen sein. Dann wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden. Dann passt es doch. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Ich bin sicher, am Ende wird sich alles aufklären. Danke, Doktor. Okay, das ist krass. Also diese ganzen Dings. Warum kann ich bei Twitch... Vielen Dank für dein Follow da alle echt erstmal. Und bei Twitch deinen Stream nicht auf Kromkast laufen lassen. Weiß ich nicht. Dieses Kromkast-Teil geht... Hast du die Twitch-App zumindest? Äh, dieser... Also sie hat sich selbst einliefern lassen und behauptet, dass sie Mitglied eines Künstlerkolonies war. Vielleicht ist sie da jetzt sozusagen zur damaligen Zeit verschwunden und jetzt wieder aufgetaucht. Dass sie jetzt sozusagen in dieser anderen Welt war, in der wir jetzt auch gerade waren. Ruth Talon, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ruth Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit im Nachtleben von Wallens fern bleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruth Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. Oh, wow. Das ist ja was für mich. Das ist ja was für mich. Haben Sie eine Diagnose? Obwohl die Gründe ihres Vaters hier einzuweisen albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden. Oder die anhaltenden Siegelsfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein. Ah, was für mich? Was für mich, Chats? Was für mich? Der Aufenthalt in The Shadow allein sollte schon Wunder bei Ruth wirken. Zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Ich habe meine Traumfrau gefunden. Die ist zwar ja relativ, aber passt schon. Die heißt C29. Geil. Meine Seelenverwandte, Chats. Ich bezweifle schwer, dass sie ihren Lebensstil ändert. Und so öde, wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. Ah, okay. Also warum hat sie sich nochmal eingewiesen? Der Vater, dass seine Tochter für die nächste Zeit im Nachtleben in New Orleans fern bleibt. Also sie hat, sie war sehr, also sie ist ja auch feiern gegangen wahrscheinlich, ne? Also sie hat sehr viel Party gemacht, immer abends ein bisschen hier, dies und das, was trinken. Und deswegen hat der Vater sie hier eingewiesen. Es ist aber auch so eine Art... Ja, warum Jeremy nicht? Ich komme da auf keinen Fall rein. Ich lasse es besser sein. Ja. Ja, es ist halt ein bisschen... Man muss halt extrem darauf achten, was gesagt wird. Aber ich kann mir jetzt auch nicht alle Namen merken, tatsächlich. Aber es ist doch spannend zuzuhören, warum die alle hier eingewiesen wurden. Vielleicht ist es für später umso wichtiger, um die Story da nochmal zu verstehen, ne? So, wir müssen Kessel reparieren. Okay, wir brauchen einfach noch ein Ventil. Und müssen damit den Kessel zudringen, ne? Sie brauchen Scheiben. Ich habe nur pervers rausgehört. Ja, Chat, das ist schon ein bisschen... Man muss schon echt darauf achten, was hier gesagt wird, ne? Okay, also wir haben hier... Ich lasse es besser sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder wach. Ich war kurz, so kurz zum Einschlafen bei dem Hörbuch. Aber dieser Fanta-Drink hat gerade mir meinen Arsch gerettet. Und ja, gehen wir weiter. Ich gehe kurz duschen, nehme mein Handy. Das Hörbuch ist entspannt und pur. Ey, Chat, bitte lass mich Ruhe. Okay, ich weiß, das ist ein Game, wo es einige Textpassagen gibt. Und man könnte auch das Ganze mit dem Hörbuch verwechseln. Aber dafür kann ich ja nichts. Halte Dings, um die Karte zu öffnen. Haben wir jetzt eine Karte? Ah, wir haben jetzt eine Karte. Immerhin haben wir jetzt eine Karte und haben jetzt eine Übersicht über das... Ach nee, die Karte hatten wir ja vorhin schon gehabt. Obwohl Detective Cairnby dankbar war, zurück in Decedo zu sein, war er nur zu bereit, seine Hypothese zu testen. Nachdem er diese finstere Welt, die sich als das französische Viertel ausgab, durchlebt hatte, waren Jeremy's Texte wohl deutlich wörtlicher zu verstehen. Was, wenn Jeremy seinen Talisman verwendet hatte, um wirklich all die Orte zu besuchen, die er im Buch erwähnt hatte? Cairnby war sich sicher, dass das die Antwort war. Er würde Jeremy nicht irgendwo in Decedo versteckt finden. Er war mit Sicherheit in einer der anderen Welten. Und um ihm zu folgen, würde Cairnby die alte Uhr und den Kessel erforschen und herausfinden müssen, welche Rolle sie spielten. Okay, wir müssen die alte Uhr und den Kessel erforschen. Jeremy ist anscheinend in einer anderen Welt versteckt. Und ja. Und Jeremy hat sozusagen versucht, alle anderen Orte zu besuchen mit diesem Talisman. Okay. So, ganz gut zusammengefasst. War das Bulmas Stimme? Hey, Chad, war das Bulmas Stimme? Hat sich so ein bisschen angehört wie Bulma, ne? Aus Dragon Ball? Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss Emily helfen, ihren Onkel zu retten. Okay, wo ist denn Emily? Ich brauche den Schlüssel. Okay, wir können ja mal erstmal hier im Garten. Okay, hier soll doch auch irgendwas gewesen sein. Okay, nee, da waren wir ja schon. Wir gehen mal hoch ins Zimmer 6. Wir haben ja den Schlüssel bekommen. Und gucken mal, was wir da eventuell finden. Also, von Stimme von Claudio könnte es auch tatsächlich sein. Ich präsentiere Alone in Bedarkt. Ein interaktives Hörbuch. Ihr seid die besten, Chad. Ihr seid die besten. Es ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis. Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Collector Nebenbuch geschrieben hat. Das ist die Uhr, oder was? Was hat denn der noch mal geschrieben gehabt im Collector-Buch? Uhr. Er hat irgendwas für eine Uhr geschrieben? Wie konnten sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Leifette-Friedhof bringen würde? Also, der Boilerkessel bringt ihn zum Leifette-Friedhof. Oder wie die alte Standur oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Es gibt ja einmal den Kessel und einmal die alte Standur oben. Und die Sachen bringen jeweils an zwei verschiedene Orte. Einmal in den Lafiet-Friedhof, der Boilerkessel und die alte Standur, die ihn zum hasserfüllten Hügel bringt. Ich habe das Rätsel gelöst, würde ich sagen, ne? Tut mir sehr leid, Detektiv. Ja, was geht, Bruder? Wollte die Ermittlungen nicht stören? Wer bist du denn? Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen? Etwa so groß? Ich fürchte, nein. Ah, die Kleine. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein, 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 nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Ah, das ist diese Alkoholiker, glaube ich. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Sagen Sie es, wenn Sie sich finden. Ich bin in der Nähe. Ah, ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detektiv. So sagt man doch. Aber das sagt man tatsächlich. Aber pass auf, mit wem du hier redest. Okay. Was wollte der schon wieder? So ein komischer Dürr. Ja, hier scheint echt wieder alles normal zu sein. Ach, das war der Raum, wo wir vorn waren und uns teleportiert haben, oder? Emily ist hier. Hinweis. Was ist das denn? Emily ist da. Guck mal, man kann das wie über die ganze Zeit abschieben. Emily ist da. Emily ist da. Okay, Bruder. Reicht also. Moin, Grito. Was geht, mein Lieber? Ich kann lang nicht lang bleiben in der Entertainment-Wähle. Alles gut. Wie geht's dir? Alles gut, hoffentlich. Um was geht's im Spiel? Das Hörbuch? Check ich nichts. Es geht darum, dass wir nach dem Joey besuchen, dem verschwundenen Onkel von Emily, die mit uns gekommen ist. Und wir sind der Detektiv, der ihr sozusagen hilft. Und der ist sozusagen anscheinend das letzte Mal hier gewesen. Der Cetro. Und wohin der hin ist, wissen wir noch nicht. Da wieder das Hörbuch Alone und Bedak ist, ist es ganz schön hell. Was sagst du bis jetzt das Game also mit dem Eindruck? Genau, was ich zu dem Game jetzt sage, Chats. Also das Game ist an sich nicht schlecht. Nur fehlt mir gerade so ein bisschen die Spannung. Also es wirkt schon sehr interessant. Aber manchen Stellen wirkt es auch ein bisschen langweilig. Schauen wir, warten wir erst mal ab. Ist ja nur der Anfang. Vielleicht wird es später noch spannender. Aber hier gibt es tatsächlich echt weniger Action als in Resident Evil Teilen. Wenn man das so vergleicht miteinander. In Resident Evil haben wir eher mehr Action-Szenen. Und hier haben wir eher mehr so Story-Szenen. Mehr geht es mehr so um Rätsel. Mehr so um die ganzen Hintergrund-Geschichte. Die steht halt sozusagen mehr im Fokus, würde ich sagen. Ja, das würde ich sagen. Würde ich sagen. Würde ich sagen. Aber Chad, was sagt ihr eigentlich zum Spiel? Was ist euer Ersteindruck? Gefällt es euch? Das ist Nummer 6. Oh, das sieht doch schick aus. Wirkt schon sehr exzentrisch. Was sind das für Symbole? Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Okay. Wir können es selber sogar im Spiegel sehen. Krass. Perusis Tagung. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden. Damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Decedo mehr. Und leider auch kein Astat. Ihr guten Piraten von Ponchatrain. Möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Na gut. Sehen wir uns das hier mal an. Hier ist nämlich der Code, glaube ich, drinnen. Ähm, Aquarius 1. 1, 1. Staktarius. Scorpio. 10. Was ist das zu bedeuten? Bald werde ich sie brennen sehen. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarzen Ziege wird geopfert damit alles ein Ende finden. Dann wird alles so sein. Dann gibt es kein Dersetto mehr. Und leider auch kein Astarte. Die guten Piraten von Potrille Chain. Boah, ist das kompliziert, ey. Können wir jetzt damit... Was haben wir denn hier? Achso, gehen wir in den Kumpel. Aquarius 1. Was bedeutet das denn? Äh, ja, es wirkt sehr ruhig, das Spiel uns interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bleibst du hier bis 2, bis 3 Uhr? Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, bis später, Kirido. Guten Abend, Sandra. Was geht? Also 11, 10, 1. Was? Boah, ist das schon kompliziert. Ich muss zurückkehren. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden, wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Das war's. Die Astat-Künstler-Kolonie. Ich habe davon gehört, dass sie geschwunden ist. Ja. Muss etwa 15 Jahre her sein. Das ist doch diese Perusi, die anscheinend behauptet, wieder zurückgekehrt zu sein. Boah, das ist das kompliziert. Ich habe leider am Anfang nicht bei euch. Ich finde es richtig spannend. Ja, schon so. Das ist richtig geil eigentlich das Game. Und dann fertig mit Duschen. Vorang nehme ich die Leserstimme, finde ich auch. Ich habe zwei Monster-Intos und werde vor allem Spiel einfach müde. Wieder Stimme, ne? Also, Chat, ihr könnt mir auch gerne helfen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Aber warum ist das so komisch aufgeteilt? 6, 7, 8, 9. Was ist das hier? Alter, noch ein Rietze, oder was? Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Vielleicht müssen wir die alle einfach nur umdrehen? So, warte mal. Das passt. Was geht jetzt ab? War es richtig? Irgendwas hat sich getan gerade. Was hat sich gerade getan, ist die Frage. Untersuche die Bilder. Haben wir doch gerade schon. William Agnes, Franklin Musik. William Agnes, William, Franklin, Sanora. William, Franklin, Sanora. William, und 2, 9, Franklin, und Nora. 2, 9, 4. 2, 9, 4. Oder? 2, 2, 9, 4. Okay. Chat, könnt ihr euch das mal aufschreiben? 2, 9, 4. 9, 4. 9, 4. Also 2, 9, 4. Wir haben die 2, 9, 4, die Kombi. Jetzt die Frage, was machen wir mit der 2, 9, 4? Müssen wir jetzt in Lottis Tagebuch? Ne. 2, 9, 4. Ah, okay. Pieces. Diese Wölbung. Warte, die Wölbung und dann das Zeichen von unten. Vielleicht ist das das Rätsel. Warte mal. So. Das hier. Das ist ja verkehrt herum. Das heißt, 2, 9, und dann die 4 brauchen wir nochmal. Das heißt, jede Zahl stellt ein Zeichen dar. Was ist die 4? 1, 2, 3, 4. Das ist dieses Kreis. Aha, ja! Zerbrochene Scheibe. Schlüsselgegenstand. Sehr gut. Die brauchen wir nämlich. Für unten war das, glaube ich. Okay. 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 Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Ist jemand? Hallo? Oh mein Gott, das war's. Das war's. Was war das? Ja, es geht jetzt ab. Das sieht wie die Scheibe aus. Ach, was ist passiert? Ah, die Scheibe ist wie die Sanduhr. Oder? Warte, soll ich nochmal zurückgehen? Hä? Jetzt ist wieder alles normal plötzlich. Ich guck mal, ich öffne mal die Karte. Jemis Hartwoods Zimmer. Das kriegen wir leider nicht auf. Oder? Ne, hier waren wir schon. Das Ding ist, hier fehlen uns noch Gegenstände. Die Schlüsse und sowas. Okay. Das Hörbuch bekommt auf jeden Fall Action-Chat. Das Hörbuch bekommt Action. Ja, also langsam nimmt es Fahrt auf, ne? Welcher Schlüssel ist das? Ach, die ganze Zeit auf diese Karte zu gucken, ist auch komisch fürs Wohnzimmer. Und dann kommen wir erst da weiter. Okay. Ist das hier auch vielleicht ein Rätsel? Die Skulptur? Waren die davor schon da? Waren die Skulpturen schon davor da? Ich geh mal am besten runter. der ist ja gut, schnell aus der Puste. Ich schau mal. Ich glaube, wir müssen hier lang. Da hinten haben wir eine Schlüssel bekommen. Die Veranda. Genau. Wir sind mit denen jetzt hier gelandet. Ist das hier die Bibliothek? Oh, das ist aber angenehm hier. Was macht Kamin? Mein Kaminfeuer hier? Das ist ja entspannt. So, und damit jetzt willkommen zu einem Kamin-Stream. Ich restreame im Game mein Kamin. Wir werden jetzt hier die ganze Zeit stehen und uns den Kamin angucken. Es war mal... Ich erzähle euch eine Horror-Geschichte, okay? Setzt euch alle hin, holt euch einen Kaffee, einen Kaffee, einen Kakao. Ich erzähle euch eine kleine Horror-Store. Es war einmal ein Spiel namens Alone on the Dark. Jeder dachte, es wäre ein Horror-Game. Ein Survival-Game. Doch dann hat sich das Spiel hat hat das Spiel sein wahres Sicht gezeigt. Es war nicht nur ein Horrorspiel. Es war sogar ein Hörbuch. Es war es dann ein Survival-Horrorspiel-Hörbuch? Das weiß bis heutzutage keiner. Und so hat jeder es versucht zu spielen. Teils war es ein Hörbuch, teils war es ein Survival-Horrorspiel. Und dann, was am Ende passierte, weiß leider keiner. Und das war die Geschichte zu Alone on the Dark. Ob Edward noch bis heute lebt, ist ungewiss. war die Geschichte gut? Wie fandet ihr die Geschichte 1 bis 10, Chat? Jetzt will ich im Leben live eine Geschichte von dir. Schöne Geschichte. Könnt ihr gerne clippen, Chat, ne? Clippt ihr überhaupt? Macht ihr überhaupt Twitch-Clips? So, wir zocken mal weiter. Fest verkeilt. Fest verkeilt. Dieses Wort habe ich auch noch nie gehört. So, da habe ich mich jetzt schrocken. Das war es. Alter, was geht denn jetzt? Alter. Okay. Kann ich das hier... Festgekettet. Müssten wir wahrscheinlich hier raus? Gibt es keinen Ausgang? Wolang? Okay, da auf dem Tisch liegt irgendwas. Okay, ein Bolzenschneider. Ja, damit können wir wahrscheinlich das Schloss knacken, ne? Bruder, renn doch um dein Leben. Geht das nicht? Okay. 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 Was zur Hölle ist hier los? Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Hier waren wir glaube ich vorhin schon. Ganz am Anfang war das, ne? Schauen wir mal auf der Karte, wo wir gerade sind. Die Karte ist hier nutzlos. Okay, wir haben keine Karte für diesen Ort. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. An diese Gärten, diese Häuschen, diese Gartenhäuschen. Wo diese ganzen Zauberunterrichte stattgefunden haben. Mit diesen Blumentöpfen. Ich glaube, das müsste Kammer der Schreckens gewesen sein, oder? Mit diesen Blumentöpfen, die, genau, die Wechshäuser von Harry Potter. Wie heißt nochmal diese Blumentöpfe, diese Pflanzen, die Schrein-Chat? Wie hießen die nochmal? Alraune? Genau, genau, Alraune. Stimmt, stimmt. Das müsste Alraune gewesen sein, ne? Ihr habt recht. Stellt euch mal vor, hier gibt es einfach Alraune. Wäre das nicht krank? Okay. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Hier gibt es auch nochmal eine Tür. So, dann schauen wir uns hier mal um. Finde heraus, wie du an das Stück der zerbrochenen Scheibe im Brunnen herankommst. Also im Brunnen befindet sich halt sozusagen eine zerbrochene Scheibe. Was haben wir hier? Mumifizierte Katze? Eine mumifizierte Katze? Was? So was gibt's? Stimmt, ich glaube, im alten Ägypten könnte es glaube ich sogar gewesen sein, dass Katzen mumifiziert waren, oder? Also wurden. Wurden Katzen nicht sogar als Gottes Tiere angesehen damals im alten Ägypten? Ah, da ist die Scheibe. Okay, da müssen wir irgendwie rankommen. Vielleicht müssen wir den Eimer mit Wasser füllen, damit die Scheibe an die Oberfläche gelangt. Sie wurden zumindest als heilig angesehen, ja. Katzen, glaube ich. Die waren ja auch so, man kennt ja so diese alten ägyptischen Bilder von Katzen, wo diese mit Schmuck umwandelt sind. Okay, ist auch natürlich verschossen. Okay, da fließt jetzt Wasser durch. Ich komme dann jetzt an diese Scheibe heran. Schau mal. Okay, da ist der Gartenschlauch. Warte mal dann. Können wir den Gartenschlauch einfach nicht... Hä? Kannst du den Gartenschlauch nicht bewegen, mein Lieber? Du bist zu dumm. Mal ne Bar. Okay. Das mit dem Bolzelschneider, das hat irgendwie was so ein Resident Evil, ne? So mit diesem ganz langsam aufschneiden der Schlösser. Diese Animation, irgendwie eins zu eins wie Resident Evil, oder? Okay, wir haben einen Wasserschlauch, das ist die Verlängerung. Sauber. Okay, da kommen wir da später wieder hoch, ne? Ich wusste es. Ich bin aber zu schlau. So, da haben wir die nächste zerbrochene Scheibe. Ja, die waren halt mit in den Pyramiden drin, ja. genau, die Katzen. So, müssen wir jetzt hin. Schau mal. Ich glaube, wir haben das andere Teil. Wir können theoretisch jetzt wieder hochgehen, oder? Genau, im WC waren wir auch noch nicht, ne? Schauen wir uns hier mal um, was es hier gibt. Okay, der Spiegel spiegelt ich. Hier gibt es nichts. Hat sich auf jeden Fall nur sehr creepy an. Ähm, jetzt die Frage, wo war diese Uhr? die war sicher nicht hier. Wir müssten eigentlich theoretisch wieder den Weg zurückgehen und dann mal die Scheibe einsetzen. Äh, Katzen sollen ja angeblich von Drachen abstammen, was meiner Meinung nach total Quatsch ist. Also von Drachen? Wie, Katzen stammen von... Von was stammen eigentlich Katzen ab? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. So, was sind die Ursprungstiere von Drachen? Von Hunden wissen wir, dass es Wölfe waren. Aber was ist das denn von Katzen? Leoparden oder was? Ah, da war die Sendung. Ich bin ja gerade da vorbeigelaufen. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. So, jetzt haben wir alle Scheiben. Wo haben wir das schon mal gesehen? Das haben wir schon vorgelesen. Wo haben wir das gesehen? War das nicht von Lottis Tagebuch? Irgendeine Zeichnung war das, ne? Das sind die Patientenakten. Die Personal. Ah, hier. Da ist die Scheibe. Die Scheibe muss so einen Riss haben. Also, da, da, da. Okay, die Scheibe müssen wir jetzt so zusammenstellen, dass sie genau diese Formen hier bildet. Na, es wird jetzt ein bisschen kritisch. Ach, die kann man ja auch drehen, ne? Die Dinger. dazu hatte ich etwas im Kollektor Nehmenbuch gelesen. Ja, ja, ich habe es doch schon gesehen, gerade mein Lieber. jetzt müssen wir diese Scheiben noch richtig richten, ne? Ah, jetzt. Okay. Ich denke, sie ist kaputt gegangen, oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Jo, was geht denn jetzt ab Aber mit dem Talisman gelangen wir dann in die andere Welt Also mit dem Talisman Das müssen wir benutzen und die Sanduhr Okay, jetzt habe ich es verstanden Hey, was ist das für eine Ziffer denn Warte mal 6 3 3, 4, 6 Warte, 3 Warte, 3 Warte, 3 Warte, 3 Warte, 3 4 6 Nee, andersrum glaube ich Von klein nach groß 3 4, 6 Jetzt mal In dem schwarzen Glas ist ein Bild Es zeigt mir etwas Es ist der Korridor vor Jeremy's Zimmer Korridor vor Jeremy's Zimmer ist auch hier Oh mein Gott Was geht jetzt um Hallo? Ist da jemand? Ist ja ein Alienware Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet Ja, eher andere Welt Such im Fasten Hüge jenseits Ölbootwurms nach Jeremy Mal gucken, ob der hier ist Boah, sieht das krass aus hier Äh, an Granny? Welches meinst du, wo du Leichen getötet hast? Katzen sind psychisch als Hades Dachte erst was gestorben Nee, nee Okay, krass Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ölbootwur Digga, ich kann dieses Wort nicht aufschreiben Ölbootwurmbericht Mai 1923 Montag Alles gut Jetzt kommt das Erleb wieder Wartung Ölpumpe muss gewartet werden Wenn damit herumgespielt wird Wird viel verschüttet Wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden Dienstag Lieferung verzögert, aber abgeliefert Wartung Wartungsbrücke so gut wie kaputt Mittwoch Schurfarben widerwillig zugestimmt Mr. Hartwood den Grabhügel zu zeigen Das ist ein Maler Der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden Donnerstag Mr. Hartwoods Arbeiten dauern länger an Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit Hartwood hat versprochen Nicht zum Lager zurückzukehren Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende Und die Arbeit kann weitergehen Wartung Die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt Vermutlich Sabotage Das ist der Teufel, dem wir nun folgen Was? Die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt Okay, die haben hier sozusagen nach Öl gebohrt Und haben auf eine Lieferung gewartet Und die Arbeiten von Mr. Hartwoods Arbeiten dauern länger Und ja, die Brücke ist halt eingestürzt Vermutlich ist so ein Etage Irgendwer hat das gemacht Irgendwer hat das dazu gebracht, dass die Brücke einstürzt Aber wer? Moin Karo, alles gut? Was haben wir denn hier Schönes? Nichts Auf jeden Fall wieder einige Pistolenkugeln Ich gucke mal, ob ich es nachladen muss Ja, ich darte mal lieber nach Was ich mich jetzt nur wundere Gibt es hier auch Möglichkeiten, seine Waffen zu verbessern? Verbessern? Also wie in Ways and Evil Vielleicht so eine Waffenbank oder wie lasse was Ich brauche den Schlüssel Okay, wir haben keinen Schlüssel hierfür Schauen wir uns hier mal um Ich gehe nochmal zurück und schaue, ob ich eventuell irgendwas vergessen habe Kann ich gar nicht Geil Was gibt es hier? Sieht so aus, als ob wir hier hochklettern könnten Nee Auf jeden Fall ist es eine Blutspur Wir werden safe gleich irgendwelche Monster auftauchen Wenn wir schon mit Gegenständen werfen können Dann heißt das was Auch abgeschlossen Warum ist jede verdammte Tür hier abgeschlossen? Ich höre Oh, wir haben den Anlegestick geschlossen Pistolen-Tippe Was war das? Die ist doch safe wie ein Monster Habt ihr das gehört? Irgendein Sumpfmonster? Ach, abgeschlossen Ich habe doch einen Schlüssel bekommen Wo wir Das könnte auch noch mess gewesen sein Was ist das vielleicht hierfür? Genau So Alter, guckt euch den Sumpf an Da sind auf jeden Fall wieder einige Monster gegen Die wir gleich hier kämpfen müssen Ein Rohr Ja, das wird jetzt nicht so helfen Ein Brückenhebel Aha Den brauchen wir doch Hallo Wo ist der? Oh mein Gott, Bruder! Hab ich mich gerade mies erschrocken? Oh mein Gott Klipp das mal Chat Ach du heilige Scheiße Das war so random, oder? Wie random war das gerade bitte? Mein Herz ist auch gerade kurz stehen geblieben Bewege dich, bewege dich Bevor wir das Sumpfmonster aufzauft Müssen wir noch hoch? Ja Heizt mal draußen Rohr Plus eins Rohr Was bringt der uns die ganzen Röhre hier? Nehmen wir noch was zum Heilen Bruder, was ist das denn? Das war's Das war's Komplett Waffenruder Digga, was soll ich mit dem Scheißruder? Okay Schauen wir uns hier erstmal um Hä? Warum sind hier Schaufeln und sowas? Was soll ich damit? Kann man die Gegner dadurch einfacher killen? Zeig nicht, das Monster kann hier rein Nehmen keine Karte, ne? Kann das Monster hier rein? Das Monster zeigt sich halt auch nicht, Chat Wo ist es? Wo ist es? Zeig dich doch Wenn du Mann bist Zeig dich doch Warum zeigt es sich nicht? Was hab ich gemacht? Noch eins? Das ist Molotov Das ist Molotov Das ist Molotov Ich muss dich unbedingt heilen Volle Getränke Digga, wie heil ich mich denn? Da steht Was steht da? Vollgetränk Ich muss mich doch heilen Achso Ah, jetzt Wo renn? Renn um dein Leben Renn, wenn dir dein Leben wert ist Gibt es hier kein Dings? Da lang muss ich Oh mein Gott Was sind das für Monster, Digga? Sieht eher schwach aus Ich muss es nur irgendwie anbrechen Wie brech ich das ein? Wie brech ich das hier ein, Chat? Damit? Wie benutze ich denn die Nahkampfwaffe? Warte Geh mal in die Steuerung Ah, R1, Digga Achso Okay, ich hab's verstanden Ja, ich hab's ja gestanden Schaufel haben wir wieder alles gehen Auf jeden Fall Munition bin ich R1, Digga die monster gibt es denn hier namen dion was geht müssen wir schleichen das war es das war es bessere sicht hier sehr gut sehr gut oh mein gott ich komme ich da rüber scheiße die öl-tombe ab, um auf den turm klettern zu können wo lang, wo lang, wo lang wir müssen da auf den turm da gehen, oder was? mal mikrofon spinn wir da chat spinn mal mikrofon mein mikrofon da kommt mhm mhm so hallo besser äh, ich könnte mal mikrofon mal am chat so hallo besser Hallo? So, ich habe das eine ausgeschaltet. Jetzt tu ihn weg. Ja, besser. Ist besser so, Chat. Jetzt hätte ich mich ja normal, ne? Okay. Okay, komm weiter. Warte kurz, ich will nur kurz hier was machen. So, genau. Ja, ich verkaufe es noch für 50 Cent, wenn ihr haben wollt. Komm, ich hoch, Chat. Also, wir müssen da auch kommen, irgendwie, ne? Wo ist denn der Weg hier für? Hier, über die Kisten vielleicht? Boah, du könntest so easy über die Kisten springen. Also, die Leiter ist kaputt. Habt ihr auch zweimal durchspielt? Zwei tolle Geschichten. Hast du das schon zweimal durchgespielt? Wie schnell warst du da, bitte? Ah, der von links. Okay, wir müssen hier links hoch, ne? Wenn diese Pumpe doch nur aufhören würde, sich zu bewegen, könnte ich vielleicht rüberkommen. Okay, wir müssen die Pumpe stoppen. Ja, die Frage ist noch wie. Aha. Boah, kletter, kletter, kletter. Das war's. Das war's komplett. Ach, du heilige Scheiße. So, jetzt sind wir oben. Ah, jetzt müssen wir rüber swipen. Hä? Was ist das denn? Hm. Komm schon, Kambi. Wirst du nicht? Und rüber da! Hm. Einfach Indiana Jones. Wir zocken einfach Indiana Jones. Ey, das Stumpgebiet sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Nein, ich wusste es, dass... Oh mein Gott! Das war's! Das war's komplett! Ich bin raus. Nein, 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 das war's. Also wir müssen ja safe gegen das Monster gleich kämpfen. Das heißt, wir sind komplett am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wo ist das Monster? Wo ist es, wo ist es? Was sind das für Viecher? Ich glaube, ich müsste mal hier rüber. Das ist der hasserfüllte Hügel, vor dem Jeremy in seinem Buch geschrieben hat. Ah, hasserfüllte Hügel. Was hat das zu bedeuten? Was ist das? Und was machen sie hier? Was ist das? Ich bin nur ein Detektiv, der nach etwas sucht, das Taro E heißt. Sind sie auch hinter Jeremy her? Weshalb? Ich arbeite für seine Nichte. Sie will wissen, ob es ihm gut geht. Er ist zwar unverletzt, aber gut geht es ihm nicht. Er ist ein Fluch für der Seto. Geht das wieder los? Ruhe! Er ist ein Fluch für der Seto? Okay, das war's. Geil, Digga. Was ist das für ein Monster? Das war's. Bruder, Pistonschüsse bringen da nichts. Pistonschüsse bringen da nichts, oder? Okay, wir sind in der Normalität wieder. Grundgütiger. Wo sind wir jetzt gelandet? Das Game macht richtig Spaß. Ich guck mir nochmal die Karte an. Wo sind wir? Ah, wir sind im Salon. Da waren wir tatsächlich noch nicht. Ich hab schon eine Shotgun gesehen. Ich guck mal, ob wir die eventuell mitnehmen können. Oha! Bruder, kannst du die nicht mitnehmen? Wartet mal, ich hab eine Idee. Was sind wir das? Wie kriegen wir diese Shotgun hier raus? Ich will die bitte mitnehmen. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Ja, das ist das neue Alone on the Dark. Also, ich schwör's euch, Chat, ne? Das Game macht mir richtig Spaß bis jetzt. Super, freut mich, ja. Am Anfang war's ein bisschen das so, ja. Aber jetzt, wo ein bisschen mehr Action drin ist. Malspachtel. Für die Malerei gedacht, aber dünn genug. Um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Aha. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Hinweis. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Von Juan Luis Jorge. Juan Luis Jorge. So handeln uns in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmen. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang, trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen auf der Viral Spirale. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelernt werden. Oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Ein göttlicher Pfad? Du bist die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigen. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wenn man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne, auf welchem Weg auch immer, ist kein Korrigieren des angeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, wie der Schöpfer erzählt. Die verlassen des Weges und damit schaffen etwas Neues. Juan, überlegen, was würde er uns damit sagen? Bei diesem Joche-Chat, ne, am Anfang, da muss ich an das hier denken, irgendwie. Habt ihr es gehört? Kennt ihr den noch, Chat? Joche González? Wie heißt ihr? Juan Luchz. Wer kennt den noch, Chat? Joche González. Guten Abend, Pendita, was geht, was geht. Wohnzimmerschlüssel. Okay, wir haben den Wohnzimmerschlüssel. Okay, wir können damit zum Empfangsraum. Wie geht's dir, Pendita? Es ist fest verkeilt. Aha. Es hat geklappt. Was haben wir denn hier schönes? Anleitung für eine Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Hm, das hört sich doch interessant an. Also Sie müssen das Teleskop so einstellen, dass es in Position, in der das Bild gut zu erkennen ist. Also Sie müssen es versuchen, durch eine Feineinstellung so einstellen, dass das Bild gut zu erkennen ist. Also nicht unscharf ist wahrscheinlich, ne? Aber wo finden wir denn diese Linse? Rundehalsband. Okay, wir haben jetzt ein Set vervollständigt. Aber was passiert denn jetzt? Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Brauchen wir, glaube ich, das da? Was ist das? Das sind Kellerschlüssel. Was brauchen wir nochmal? Was hat er gesagt? Ähm, ah. Die Linse brauchen wir. Kann es sein? Brauchen wir da eine Linse? Oder was kommt vorne drin? Ja. Wir brauchen noch diese Bauhullinse. Bringen Sie einfach die Bauhullinse ein. Die Bauhullinse brauchen wir. Äh, die Frage ist nur, wo können wir die jetzt her? Wo kommt diese Musik her? Hä, bin ich dumm? Ich glaube, ich bilde mir jetzt gerade hier ein, oder? Hier kommt doch irgendwo Musik. Oh, Jambo, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir, mein Lieber? Wird wahrscheinlich im Keller liegen, wenn der Schiss hier liegt. Könnte natürlich auch sein. Wie geht's dir, Jambo? Chat, kann mir einer sagen, warum die Musik hier die ganze Zeit abbricht? Aha. So gefällt mir das schon besser. Sehr schön. Wir haben die Shotgun. A.K.A. Schrotflinte. Kommt her, Idiot, nicht. Ich nehme euch alle auseinander. Okay. Was ist unser nächstes Ziel? Edward. Ah, gehen wir mal in die... In der Bibliothek befindet sich noch irgendwas. Aber was... Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Brèclot, 1917. Der Setau war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Ponchatrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet. Also wurde es im Jahr 8... Verlorene Plantagen von Louisiana. Okay, wir hören es trotzdem einfach mal an. Thierry Brèclot, 1917. So. Der Setau war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Ponchatrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet. Also wurde es im Jahr 1818 für nur 30 Dollar ein Elia Pickford verkauft. Pickford heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. Der Setau produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo. Er hat Tabakboden hier geschnitten. Zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war De Setau die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herum tanzten und dabei blökten und wimmerten. Also wurde Voodoo betrieben? Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf De Setau durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Ponchertrain-See ankerten. Der Käpt'n war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Käpt'n Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war De Setau nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben. Aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Le Grasse führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux De Setau wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astarte Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poete Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Madigra-Truppe namens die Piraten von Ponchatrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans wurde von den Wassern aus dem See Ponchatrain überflutet. Da De Setau so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die zwölf Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von De Setau an der Küste des Ponchatrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Okay, das ist krass. Okay, okay, also wir haben es mitbekommen. Als erstes wurde halt sozusagen in diesem Haus, was eine kleine Pantage war, wurde Tabak hergestellt mit Sklaven, die hier gearbeitet haben. Dann gab es halt einen Käpt'n, der versucht hat halt sozusagen diese Sklaven daraus zu retten, aus dieser Plantage. Da ist das Gebäude halt sozusagen in Feuer untergegangen. Und der Chef wurde halt sozusagen erschossen. Dann gehört es der Ledoux-Familie an. Die Ledoux-Familie hat sozusagen, war so eine Art Künstlerfamilie. Also es waren halt sozusagen Künstler, die dort gewohnt haben. Und diese zwölf Künstler verschwanden an einem Sturm in Louisiana und New Orleans. Also der durch Louisiana und New Orleans ging. Und seitdem wurden sie halt nie wieder gesehen. Und das wurde erst nach zwei Wochen aufgedeckt. Okay, krass. Krasse Geschichte. Ist so interessant. Jetzt wissen wir mehr zu dem Ort zumindest. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Die Geschichte anzuhören. Äh, genau. Jetzt schauen wir mal weiter. Fangsraum können wir weiter. Wintergarten. Äh. Jetzt haben wir irgendein Schlüssel bekommen. Das Wohnzimmer. Also müssen zurückgehen und dann ins Dings, ne? Die Treppen hoch und dann haben wir einen Schlüssel bekommen. Das Wohnzimmer. Hä? Was? Warum geht die Tür nicht auf? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sterben die nicht. Ich hab ne scheiß Shotgun, Bruder. Oh mein Gott. Okay. Hä? Wie sind die nicht gestorben, Bruder? Okay. Wir sind wieder in einem anderen Ort? Ne. Hey. Jetzt sind wir wieder zurück in der Realität. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Wie kommen wir wieder ins Wohnzimmer? Müssen wir hier lang? Jetzt nicht mehr. Ah, da ist die Dame wieder. Sehen aus, wie schön, wie schön, dass sie hier sind. Genau. Ich mache Ihnen einen Drink. Ja, aber... Ah, was geht mir? Das ist doch meine Traumfrau, ne? Das ist doch die 29-Jährige, ne? Was? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Na, es geht sich so. Willkommen im Irrenhaus, Detective. Danke. Ah, danke schön. Ich trinke jetzt keinen Puh. Ist die Decke etwa eingebrochen? Ich habe gehört, es war was auf dem Dachboden. Etwas, das hätte sein sollen, aber dann nicht wahr. Wie das solche Konsequenzen haben kann, verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es hier so aussieht, aber... Ich wette, ihr Freund Jeremy weiß es. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Oh, ich schätze in seiner Vergangenheit. Er redet immer zu von diesem mysteriösen Schattenmann. Ich glaube, er versteckt sich vor ihm. Oder ist vielleicht bei ihm. Ich kann dem nicht ganz folgen. Sie scheinen sich keine großen Sorgen, um den Zustand hier zu machen. Ich sorge mich selten. Sehen Sie sich doch nur hier um. Sie halten das vielleicht für eine riesige Verwüstung. Aber ich finde, wir haben endlich den richtigen Stil gefunden. Es passt perfekt zum Zustand dieses Orts und den... Verrückten. Das gilt auch für den ganzen Unsinn mit Jeremy. Meiner Ansicht nach haben wir endlich eine Entsprechung für das Chaos in uns allen gefunden. Also, freut mich, dass Sie es so angenehm finden. Sie verzeihen sicher, wenn ich für Ordnung sorge in der Jeremy-Sache. Der Raum hier übersteigt meine Fähigkeiten. Viel Glück, Detective. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Na klar, Süße. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wiedersehen, Miss. Chat, 1 bis 10, was sagt ihr? Miss, hätten Sie vielleicht heute Abend Zeit. Kann ich noch mehr von diesem Whisky haben? Nur zu, Detective. Ich glaube ohnehin nicht, dass ich noch mehr vertrage. Ja, okay. Dann nimm doch was jetzt. Störe ich Sie? Im Gegenteil, Detective. Ich schaue gerne Profis bei der Arbeit zu. Chat, ist das ein Anmachspruch gewesen? Chat, war das ein Anmachspruch? Stellt euch mal vor, die Leute werden immer so rügen. Das wäre krass. Also, ich bin ehrlich. Lallix, also es stimmt. Die Monster, die wir jetzt gerade gekämpft haben, sahen echt ein bisschen aus wie die von Riese 7. Der TV brennt, danke dir. Okay, was haben wir denn hier? Pistolen kugeln. Big Net. Was ist denn Big Net? Boah, das muss ich jetzt googeln. Big Net. Das Siedegebäck. Ist das mit Puderzucker überzogen? Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ach das. Das gibt es doch immer auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Ja, Big Net, das sind doch diese kleinen, das ist doch Schmalzkuchen, oder nicht? Ist das Schmalzkuchen? Big Net sieht echt wie Schmalz... Aber warum... Ja, okay, Schmalzkuchen sind aber nicht so groß, ne? Also, was wir gerade erfahren haben, ist, dass Jeremy vor dem Schatten abhaut. Vielleicht versteckt er sich deswegen. Okay, wir müssen da hinten ins Wohnzimmer. Ah, gute Nacht, Hakuron. Hab dich voll vergessen. Gute Nacht, schlaf gut. Da fehlt etwas. Okay, fehlt ein Teil. Ist Deutschland... Nee, Deutschland ist ja auch nicht. Die Tür ist offen. Sieht aus wie eine Art Kinderzimmer. War in diesem Lockenkopf, ne? Eine kleine Bitte. Deine Maske fertig, denn was für eine Maske gab es hier im Maskenfest? Also, ein Kinderzimmer hätte ich auch damals mal gern gehabt, ne? Mit diesen Puppen. Ich weiß nicht so ganz. Also, ich bin nämlich ehrlich. Und allein diese Puppe hier. Welcher Mensch stellt sich freiwillig so eine Puppe aus seinem Bett? Also, das war es ja komplett. Hier sind auch nochmal einige Puppen. Ah, da ist sie. Das ist sogar die Kleine, die wir im Prolog gespielt haben. Oh, die Junge. Du kannst doch nicht dem Mädchen rauchen. Was wird das? Malst du ein Bild? Nichts Besonderes. Mir ist langweilig. Kenne ich dich von irgendwoher? Ich erinnere mich an sie, Mr. Canby. Woher? Nicht anfassen. Cassandra fände das nicht gut. Das fände sie gar nicht gut. Weißt du, wo sie ist? Ich will lieber nicht drüber reden. Das macht mir Angst. Außerdem kommt sie nach dem Johannesfest wieder. Glaubst du? Ja, so steht es geschrieben, Mr. Canby. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Alter, wie redet die? Na schön. Ich gehe dann lieber, wenn das okay ist. Ich bleibe nicht gerne lange an einem Ort. Mr. McAfee könnte mich finden. Hey. Ist der gemein zu dir? Nicht alle müssen gerettet werden, Mr. Canby. Das sollten sie langsam wissen. Süß. Die Kleine, ey. Nicht alle müssen gerettet werden. Miss Bogart. Heute habe ich ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie sie wissen, muss sie zu ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt. Und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. Eins von mehreren Medikamenten, die der Autorin Cassandra Bogart verschrieben wurden. Dies ist speziell vielleicht eine Trinktur zur Schmerzgeländerung, die als die vierte Version von beliebten Rezepten der Firma verkauft wird. Also in Schmerzmittel. Hier ist Cassandra Bogart also gelandet. Ich finde die Schlüssel. Aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, sie wäre vor Jahren gestorben. Cassandra Bogart. Welche war das nochmal? Wo ist nochmal die Akte? Cassandra Bogart. Ach, das war diese 47-Jährige. Sie leitet eine Schreibblockade und sie greift häufig auf Betäubungsmittel zurück. Also sie ist Autorin gewesen. Und sie ist halt drogensüchtig, okay. Sie benimmt halt sozusagen Drogenzusicht, Betäubungsmittel hat man damals gesagt. Und die wollten die halt sozusagen davon abhalten, ne? Schon wieder mehr von dieser Fäulnis. Als würde sie mich irgendwo hinführen. Aber wohin? Okay, das heißt, hier muss noch ein Medizin... Wenn ich das komplette Flaschenset finde, kann ich vielleicht mit diesen Fäulnisflecken etwas anfangen. Okay, eine Flasche brauchen wir noch. Die zweite Flasche sind. Ich glaube, hier im Badezimmer nicht, ne? Waren wir hier schon? Das ist das Kinderzimmer. Da waren wir ja schon drinnen. Hm, lass mich kurz überlegen. Kassendors Zimmer und Greys Zimmer. Wir brauchen jetzt noch eine Trinkflasche. Wo ist die zweite Flasche? Ich schaue mich mal nochmal hier um. Wieder eines von diesen seltsamen Vorhängeschlössern. Ah, okay, okay. Du müsst die Kombination für das Schloss herausfinden. Gibt es hier irgendwo einen Tipp? Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Vielleicht müssen wir in den Keller gehen? Kann das sein? Was habe ich hier im Badezimmer im Postamt abgeholt? In Lottis Zimmer gestellt. Okay, wo sind wir? In Lottis Zimmer ist unten. Okay, wir müssen runtergehen. Und in Lottis Zimmer. Das Erdgeschoss wahrscheinlich. Und dort die Flasche dann holen. Und dann, wenn wir alle Flaschen haben, gibt es wahrscheinlich einen Hinweis auf das Schloss. Also, wie wir das Schloss klanken können, ne? Hm, ich schaue nochmal auf die Karte. Okay, bis gerade raus. So, dann, äh, wo war das? Hier, dann hier und dann erste Tür links. Oder ist das schon Lottis Zimmer? Das ist schon Lottis Zimmer. Okay, wir brauchen hier einen Schlüssel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Keller. Wir brauchen hier mal noch den Kellerschlüssel. Vielleicht finden wir dort was. Wo ist denn, wo kann ich denn den Kellerschlüssel einsetzen? Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Ja, die Teile haben wir ja schon. Deswegen eigentlich unrelevant. Okay. Vielleicht hier? Ist das der Kellerschlüssel? Okay. S-Bahn-Ticket. Genau, was haben wir hier? Ein Schalter. Was können wir denn damit machen? Eine Sicherung, die in einen Sicherungskasten gehört. Da müssen wir wahrscheinlich... Ah, hier ist der Sicherungskasten. Was ging jetzt ab? Es hat geklappt. Ah, okay. Und jetzt haben wir den Ventilgriff. Und damit können wir jetzt hochgehen, ne? Können wir das Ding wieder einschalten? Wolland? Okay. 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 So, das haben wir jetzt auch gemacht. Hä, ist es Jeremy? Was ist das? What the fuck? Schüssegegenstadt, zerbrochene Scheibe. Teil einer größeren Zierscheibe. Sie hat irgendwie ein Holz. Wo können wir diese Scheibe aber einsetzen? Noch eine Scheibe für den Talisman. So wie die andere kaputt und es fehlen Stücke. Okay, ein Stück haben wir noch. Ein Stück fehlt noch. Sie hat ja irgendwas gesagt gehabt. Wo war das? Ähm, kaputt gemacht. Ich glaube, sie hat die Teufel, aber sie ist dran nicht besonders so. Sie hat einfach den kleinen Raum mit dem Werkzeug hinter den Moiler versteckt. Ich wollte es nicht. Das Stück sah aus wie jenes, dass ein Cassandos Zimmer ausgestellt wird. Ein Cassandos Zimmer. Wo ist denn Cassandos Zimmer? Ganz oben ist Cassandos Zimmer. Aber Cassandos Zimmer brauchen wir doch dieses eine Teil, denke ich, oder? Brauchen wir für Cassandos Zimmer nicht dieses Objektiv da für vorne? Ja? Chat seid ihr überhaupt noch da? Chat seid mal eingepennt. Einmal eins rein, wenn er noch da ist. Okay, sind noch einige wach. Eins, eins, drei, Leute. Ich bin noch da. Warum seid ihr wohl so ruhig heute, Chat? Gefällt es euch nicht? Da kommen wir nicht durch. Okay, wie gehen wir hier hoch? Okay, vier Leute sind noch wach. Okay. Ach, da ist Cassandos Zimmer. Wartet mal. Bin auch da? Okay, sind noch einige. Ah, hier ist auch noch eine Tür, Digga. Okay, hier waren wir noch nicht. Hier rein. Aha, das ist der große Salon. Was ist hier? Ich brauche den Schlüssel. Okay, okay. Hallo, lässt mich mal bitte rein. Ich habe es gelöst. Also, wir sind jetzt im großen Salon. Und hier ist eine Spritze. Hier müsste eigentlich dieser Schlüssel sein, von dem Lotti erzählt hat. Medizinkastenschlüssel, genau. Und mit dem Schlüssel können wir jetzt den Medizinkasten öffnen, wo sich dann die Flasche befindet. Und mit der Flasche können wir dann das Rätsel lösen. Also, haben wir hier noch Pistolenkugeln. Okay. Lies mal was vor. Ich will kurz mal essen. Was? einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos, das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen. Allein. Hört mich und wisset. Gezeichnet sind wir. Allein. In der Finsternis. Ich brauche noch eine längere Story. Ich brauche eine längere Story, Chat. Adressiven Fäulnis. War das gerade ein Gedicht. War sehr interessant. Hab viel verschaden, wieder mal. Okay, so. Jetzt können wir zu Lottis Zimmer gehen. Müsste hier links sein. Und dann können wir hier Müzzinkistenschlüssel benutzen. So, dann haben wir jetzt die Flasche. So, jetzt haben wir die Flasche. Jetzt mit der Flasche müssen wir nach oben gehen, denke ich mal. Oder war das hier? Genau, wir müssen nach oben gehen. Und dann müssen wir die Flasche da draufsetzen. Und dann müssen wir die wahrscheinlich gleich richtig anordnen. So, wir sind hier im Zimmer. Wir müssen dann hier links. Was hast du mal hier? So, und jetzt setzen wir die hier mal drauf. So. Jetzt müssen wir das richtig anordnen. So, zack. Kann man die drehen. Aha. So, einfach geht's. Vielleicht haben die Zahlen auf den Etiketten etwas damit zu tun. Eine zwei. Eine fünf. Und eine sieben. Warte, 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 was? Zwei, fünf, sieben. Und jetzt? Zwei, fünf, sieben. Zwei. Dann die sechs, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte mal. So. Dann das hier. Und die neun. Äh, das ist okay. So. Und jetzt haben wir das letzte Stück für den Kessel. Die letzte Scheibe. Und jetzt müssen wir damit in den Keller gehen. Jetzt haben wir alle Scheiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier links, glaube ich, geht's hier runter in den Keller. Auf der anderen Seite? Weißt du vielleicht, äh, äh, weißt du vielleicht, wie lange das Spiel geht? Äh, leider nicht, ne. Könnt ihr ja googlen mal. Gut mal, wie lange das Spiel geht, shit. Und dann müssen wir hier runter, ne. Aber es ist echt zu ruhig manchmal, ne. Es gibt echt wenig Action-Passage, ne. Erstmal auf der anderen Seite gehen. So, jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir die irgendwie richtig anordnen. Wie auf dem ein Bild da, ne. Es muss eine Art Kirche sein. Warte, ich gucke mir das Bild nochmal an. Äh, von Dings. Jeremy. Wo ist Jeremy's Tagebuch? Ah, hier. So. Okay, links, unten, Kirche. Und von oben die Sonne bestrahlt. So. Acht bis zehn Stunden Spielzeit. Pro Story oder insgesamt? Also das passt irgendwie nicht. Wo sind denn die restlichen Teile der Kirche? Passt auch nicht. Das passt. So. Irgendwas ist hier falsch. So, so, so. Oh, das passt, das passt, das passt. Ich glaube, das hier ist falsch, ne? Ah. Okay, jetzt haben wir das. Sieben, also fünf, sieben, neun. Fünf, sieben, neun. Das heißt, das Kleine ist die fünf. Fünf. Sieben. Und jetzt die große Scheibe. Leckerknackige neun. So. Wer ist das da hier hinter? Das ist der Kessel. Da muss es doch hier sein, oder? Und wenn hier der Kessel ist. Wartet mal, was ist das? Ne, hier kommen wir nicht durch. Was könnte es sein? Ich snack mal ganz kurz, Chat. Wartet kurz. Ey, Raben sind echt die beste Erfindung, die es gibt. Digga, 70 Cent, einfach so eine fette Nudelportion. Wisst ihr, was ich meine? Warum ist ein Rahmen eigentlich immer so pur? Beim großen Saal diese Tür? Ne, es war eigentlich die Tür, oder? Warte, ich schaue nochmal gleich, Chat. Das war doch dieser Kessel, der zu sehen war. Oder war das anderswo? Das war auf jeden Fall hier im Keller irgendwo. Das habe ich gesehen. Hä, was ist das? Ach, das ist der Friedhof. Okay, jetzt sind wir im Friedhof. Okay. Boah, sieht das geil aus hier. Können wir hier reingehen? Hallo, ist jemand da? Die Familiengruft der Hartwurz. Emilies Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten. Einen Yankee oder einen Junkie? Und wann ist das Spiel durch? Äh, dort noch. Na, was haben wir denn hier? Okay, hier kommt auch wahrscheinlich irgendwas dran. Da fehlt etwas. Genau, das dachte ich mir gerade noch hoch. Einen guten Nacht, Andreas. Schlaf gut. Warte, was? Oh, nee. Da tauchen wir gleich wieder welche Zombies auf, ne? Ich rufe den Patron. Meine Waffe ist kaputt. Okay, was haben wir jetzt bekommen nochmal? Da fehlt etwas. So, wo kommen wir denn dieses Teilchen her? Hier in der Grabstätte waren wir ja schon drinnen. Da war... Ach. Ist hier irgendwas vielleicht noch, was sie übersehen haben? Ne, ne? Hm, wo ist denn das? Vielleicht sollte ich da nochmal reingehen und schauen. Aber ich glaube, hier war nichts. Ne. So, ähm... Genau, hier war nur diese Kiste. Aha, hier ist ja auch noch was hier links. Vielleicht müssen wir das denn da einsetzen. Der Segen. Was ist das? Die Platze muss hier wahrscheinlich drauf. Die müssen wir noch richtig drehen. Ein Vorschlaghammer? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist denn jetzt los? Ich komme hier nicht weg, Chat. Ist das verbuggt? Bin ich gerade durch die Wand geglitscht? Guck mal, wie stirbt das Monster nicht? Er zieht mir schon mal. Ah, Digga, es ist voll der Bug, Digga. Voll die Munitionsverschwendung. Okay, das heißt, wir brauchen mal drei dieser Platten. Müssen wir hier durch? Digga, wo können wir die anderen zwei Medaillonsen her? Alter, sieht der Friedhof krank aus. Der ist schon geil inszeniert. Okay, da unten wartet nochmals auf uns. Gefühlt finden wir überall Pistolenkugeln. Ich bleibe mal die Schottkammler. Ah, das ist noch so einfach. Oh. 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 So, 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 so. die sie sehr schön session geht er hinten ist noch ein monster etwas schlimmer zu viel findest du aber irgendwie habe ich das gefühl es könnte von der grafik ein bisschen besser sein also manche texturen sehen so nicht so knallscharf aus wissen was ich meine welche das ganze welt vergleiche und so auch halt bisschen verpackt das game leider weil es halt normal ist die der one version da sind die meisten games mittlerweile verpackt ist auch traurig dass es so zum standard gewonnen ist dass viele neue games zum starten einfach verpackt sind so jetzt müssen wir die anderen medaillen wir können wahrscheinlich dahinten durch war so klar ok wo sind denn die anderen oh nein das sieht nach dem bosskampf hier aus ich fahre mich ehrlich wie die bosskämpfe hier sind ein kruz fix war das nicht aus hill potter ein kruz fix oder bin ich dumm das ist doch safe hier in bosskampf gleich ok da gehts nochmal runter wie groß ist das denn hier hier gehts auch nochmal lang hier gibt es denn von dün hier gibt es denn von dün ok jetzt schauen wir unten mal nach das war knapp da haben wir das zweite medaillon das omen eine altmodische platte verifiziert mit vergessenen allegorien was sind denn allegorien habe ich auch noch nie gehört ok jetzt sind wir wieder draußen oh mein gott viele sind das ich glaube jetzt ich glaube Liga, wie viele waren das denn gerade? Okay, jetzt können wir ein bisschen Gesundheit erstellen. So, zack, zack, zack. Dann haben wir das. Ähm, jetzt die Frage. Ob wir hier durchgehen oder hier, war jetzt egal, ne? In dem Sinne. Aber hier unten waren wir noch nicht, ne? Oder? Nee, unten war tatsächlich noch nicht. Doch, waren wir schon hier? Ist das eine andere Medallion gewesen? Müssen wir dann wahrscheinlich weitergehen, ne? Okay, dort, dort spielt keine Rolle. Hier? Was ist das hier? Bruder, warum nimmst du das Trink? Warum nimmst du den Trank, Bruder? Okay, kommen wir nicht durch. Schade. Hä, wie kommen wir da jetzt hin? Hier lang? Ey, von hier kommen wir doch, oder? Von dort kommen wir doch. Boah, ey. Ich brauche unbedingt ne Karte. Das Problem ist an dem Gamer ist, man verliert irgendwann die Orientierung. Guck mal, es gibt keine Karte. Warum gibt es an diesen kurzen Passagen zum Beispiel keine Karte? Das ist halt ein bisschen scheiße gelöst. Aber jetzt weiß ich nicht, wo ich schon war und wo ich nicht war. Da war ich schon, da war ich schon. Aber hier zum Beispiel kam das Viech raus, oder? Das heißt, hier unten müssen wir noch nicht gewesen sein. Oder, Digga? Doch, hier waren wir doch schon. Du bist dann dort kommen, wo versperrt war? Was heißt, was meins versperrt, Ello? Ah, ich bin von hier gekommen. Stimmt, stimmt. Der Wegruf. Jetzt ist die Scheiße hier auch noch. Ah, okay, wir sind... Ja, du bist richtig... Okay, sehr gut. Also, wir müssen hier durch. Ich laufe mal ganz kurz nah. Ah, hier waren wir tatsächlich noch gar nicht, ne? Hier waren wir noch nicht. Und dann können wir hier lang. Hey, warte mal. Gibt es hier keinen Weg lang? Also, hier gibt es nicht. Also, hier kommen wir nicht weiter. Und dort sind wir gekommen. Hier kommen wir nicht mehr durch. Chat, habt ihr hier eine Idee, wo wir lang müssen? Also, wir müssen da irgendwie zurückkommen. Aber wie? Das ist die Frage. Da kommen wir ja nicht weiter. Hier war ich auch schon unten. Die führen... Wegen selben Weg raus. Oder wo lang muss ich denn, Digga? Gib uns doch einen Tipp oder so. Suche in der Kapelle nach Jeremy. Hier unten vielleicht. Das ist hier irgendwo ein Weg, der nach draußen führt. Aber wir haben jetzt beide, ne? Kann das sein? Guck mal hier. Nee, wir haben nur einen. Äh, Ello, weißt du wo lang? Chat, ihr wisst auch nicht, wo lang, ne? Ah... Keine Ahnung, ne? Ah, hier lang. Okay, die zwei Medaillons haben wir ja schon. Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt denn anordnen? Das passt. Bis oben. Okay, jetzt sind wir unten in der Ruin. Ich bin, das ist sehr gut. Jetzt sind die Beskelette. Ah, muss showern wie folgendes. Oh nein. Schnellprohn. Hau ab. Hau ab, Bruder. Hau ab. Hau ab. Oh mein Gott, wie viele sind das, Higger? Ach du Scheiße, wie waren das gerade? Geist ist krank. Okay, da ist das letzte Medaillon. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? So, und jetzt können wir mit dem Medaillon abhauen. Und darfst du die Kapelle benutzen. Und da ist sie schon, die Kapelle. Was für ein Zufe. Genau dort, wo wir rauskommen, befindet sich die Kapelle. Dann platzieren wir mal das hier. So, zack. Das Omen. Jetzt ist nur die Frage, wie rum. Also es muss irgendwie ein Dreieck bilden, oder was? Das kann so nicht stimmen. Wie rum platziert man das am besten? Mhm. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Was ist das denn? Ist das nicht diese Frau von vorhin? Was macht die da, Liga? Ja. Ja. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in The Shadow. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mach es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe... Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, nein, nein. Sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy. Ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Ihnen alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Was ist das denn, oder? Ja. Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Hinter Ihnen! Brennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! What the... Wer war das? Der Schatten? Der Schatten? Der Schatten? Also, er wollte uns beschützen vor dem Bösen? Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. Kofferschlüsse. Schön, dass wir durchlesen. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorerinnerungen drängen sich in die Realität. Traumlandschaften stürzt von Sternen herab. Ein Weg, den ich nicht gesehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taruela. In Liebe, Jeremy. An wen hat er den Brief geschrieben? Eine seine Geliebte? Und er hat viele komische Sachen gesehen. Und navigiert mit seinem Talisman. Und er denkt, dass jemand mit seinem Wissen, also die Person, die er angeschrieben hat, ihn vielleicht aus Taloea retten kann. Interessant, interessant. Ich glaube, ich schließe Jeremys Reisetruhe auf. Dafür müssen wir runtergehen, glaube ich. Ne? Ah, das richtet es mal hier. So, dann schließen wir mal die Reisetruhe auf. Und da drinne haben wir die Barrel-Linse. Eine Linse, die ein Armature-Teleskop angebracht werden kann, um die Vergrößerung zu erhöhen. Eine Teleskop-Linse. Warum sollte er das wegschließen? Genau, jetzt müssen wir, dass wir das Teleskop verwenden. Äh, das... Wo war das? Unten? Ja, wir müssen runtergehen. Das erste Mal, dass wir Jeremy getroffen haben, ne? Der hat aber schon ein bisschen komische Stimme gehabt, ne? Hab mich ein bisschen an Voldemort erinnert. So, äh, welcher Raum war das? Nicht der hier, der hier vielleicht? Und das Teleskop war hier links, ne? So, dann setzen wir mal die Linse ein und fokussieren das Ganze. Boah, ist das schwierig. Wie müssen wir das denn anordnen? Aus der richtigen Perspektive. Was ist das, Chat? Wie soll ich das denn anordnen? Ja, Zoom und Fokus anpassen. Achso, so, okay. Wie soll ich das denn anordnen? wo sind wir denn jetzt gelandet krass da haben wir hier noch mal ein rätsel das können wir ganz einfach ausrichten so zack 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 aber wir können diese dinger sogar bewegen können die irgendwie zu drehen vielleicht 947 941 wo ist das esstisch wo war dieser esstisch den habe ich irgendwo schon mal gesehen gehabt der esstisch müsste da nicht auch auf dieser etage irgendwo sein eine weitere im speisezimmer ok das ist doch hier oder nicht auf geht's Kapitel 3 Junge wo sind wir denn jetzt gelandet sie haben es hergeschafft ich hatte zweifel aber die hoffnung die sie mir gaben lebt noch ich schätze das hier ist Taro wer sind sie mein name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Taroa sie müssen entschuldigen aber jeremy kannte ihren namen ich heiße edward cornby ich bin privat ermittler sie sind kein patient oder nein ich bin der autor eines buchs das jeremy einst wichtig war wie geht das sind sie auch teil seiner erinnerung ist das eine erinnerung ich bin wohl eher eine manifestation von jeremies unterbewusstsein genau wie der konvent von Taroa ich habe jeremy nie getroffen und wir sind an einem ort den er nie besucht hat na schön und sie sind hier um mich anzuleiten ich habe eine klare bestimmung ich bin einfach aber ich helfe natürlich gerne wenn ich kann wenn sie bereits irgendwie ein teil von jeremy sind warum wollte er dann herkommen ist er dann nicht schon hier jeremy wollte herkommen weil es ein abbild seines geistes ohne störung ist wenn dr gray ihn während der sitzungen bietet seinen fokus zu finden stellte er sich diesen abgelegenen konvent vor er ist davon überzeugt dass er könnte er wirklich herkommen perfekte gelassenheit finden würde eine spirituelle vergöttlichung sie glauben nicht dran jeremy weiß unterbewusst dass es nur ein wunsch ist er kann nicht herkommen trotz der pfade die der schattenmann zwischen tercetto und jeremies geist geschaffen hat ist es einfach unmöglich aber ich bin hier so ist es schade dass es für sie nichts besonderes ist detektiv andernfalls hätten sie ein buddha werden können manche von uns spielen eben immer nur die zweite geige nicht wahr ja so ist es wohl sie werden die erleuchtung anderen ort suchen müssen und was mache ich stattdessen was kann ich hier tun sie sollten in die konvens bibliothek und dort nach der wahrheit hinter dem pakt zwischen jeremy und dem schattenmann suchen es gehört zu den dingen die er unterdrückt und nicht klar sehen kann kann ich damit den pakt brechen vielleicht zumindest können sie jeremy damit konfrontieren moment warum sagen sie es mir nicht solche dinge weiß ich nicht sie müssten wohl eher die texte von dr freud lesen wenn sie das verstehen wollen nein danke psychiater sind nichts für mich sie sollten noch etwas über die bibliothek wissen er ist ebenfalls hier der schattenmann studiert all die texte hier seit lange lange zeit er ist hier wie soll ich an ihm vorbeikommen mit vorsicht detektiv oh man fantastisch wir suchen der großen bibliothek nach taruela nach antworten ok also was haben wir jetzt erfahren wir haben erfahren dass es das unterbewusstsein ist dieser mann hier und jeremy sich diesen ort einfach nur vorstellt damit er sozusagen herunter kommen kann falls er gestresst ist dann stellt er sich diesen ort hier vor und er meinte dass er zu seinem schatten mann zwischen des retto und tarulera halt sozusagen pfade gelegt hat damit er nicht hierher kommen kann und für ihn ist es sozusagen unmöglich diesen ort zu erreichen ja gute nacht anita eine idee wie wir den schatten mann loswerden können ich schätze verdrehen könnte funktionieren versuchen sie ihm keine aufmerksamkeit zu schenken mhm ist das ein ort den es tatsächlich gibt chat taruela ist das in spanien kann das sein ist eine gemeinde in spanien und jetzt müssen wir in der bibliothek nach antworten suchen der schattenmann ist auch anscheinend hier war das der schattenmann den wir vorne dann begegnet sind oder war das jemand anders und dann müssen wir hier rüber und dann müssen wir hier rüber auch auch mal das ist das denn jungen junge Erinnert mich das an Last of Us? Geisteskrank. So, ähm, wir sind angekommen in der Bibliothek. Also, ein hohles Kreuz. Hat man nicht irgendein Kreuz vorhin aufgesammelt gehabt? Alter, was für ein schöner Ort. Ich muss zugeben, das Spiel ist echt hübsch. Also, grafisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Und bis jetzt macht das Game auch Spaß. Jetzt sind die Kämpfe jetzt zwar nicht die besten, aber die Story und die Rätsel, die gefallen mir sehr. Große Bibliothek. Die Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügenders verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Okay, einen Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Der müsste dann den Schlüssel haben, oder was? Ey, Lalix, vielen Dank erstmal dann für deinen Sub im dritten Monat. Danke dir, Lalix. Vielen, vielen Dank. Kuss erstmal dafür. Geistkrankheit. Aber schon dritter Monat, ey. Heftig. Ja, genau. Also wir müssen diese Schlüssel besorgen. Da, wo du meinst, das erinnert an Harry Potter. Was, meinst du eher so? Wie schnell die Zeit vergeht, ne? Geistkrankheit. Aber schon dritter Monat. Ey, TikTok ist immer noch da? TikTok schreibt kein Mensch, ne? Einer schon hat da keiner mehr geschrieben. Alter, die Sonnenlicht, ne? Guck mal, wie geil das aussieht. Bibliothekar, wo ist denn der? Wahrscheinlich müssen wir erstmal nach oben gehen, ne? Okay, irgendwas hat sich bewegt. Anscheinend sind wir hier auch nicht wieder alleine. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir erstmal das Hubertus-Schlüssel, Schlüsselgegenstand. Nachdem er hängen, nachdem der hängende Raum gebaut worden war, wurde sein Schlüssel an der Bibliothekar des Konvents Hubertus gegeben, um Jeremies dunkelste Geheimnis vor neugierigen Augen zu schützen. Oh mein Gott, das war's. Ey, was ist gerade passiert? Hat der sich gerade selber umgebracht? Das muss mir jemand erklären. Was ist da gerade passiert? Hat der sich gerade selber umgebracht, Chad? Das sah so aus, ne? Scheiße! Das war's, was geht jetzt auch? Also im Licht passiert uns nicht, oder was? Was ist das für ein Ding? Wo war dieser Ort, wo ich hier was einsetzen konnte? Wo war dieser Ort, wo ich hier war. Oh mein Gott! Wo geht es hier runter? Wo geht es hier runter? Wo lang muss ich denn? Okay, ich muss die Treppen runter, ich muss die Treppen runter. Das war's, er kommt, er kommt. Boah, Digga, diese Dinger machen mir schon Angst. Wo geht es hier runter, Bruder? Ja, wo? Wir sind hier. Wir sind hier runter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken, Chad. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich es geschafft? Oh Digga, was war das? Was war das bitte, Chad? Boah, das war schon sehr creepy gemacht, bin ich euch ehrlich. Hat mich so ein bisschen an die Pharaonzeit erinnert. Wisst ihr, was ich meine? Das war echt krank gemacht gerade. Sehr, 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 sehr geil gemacht. Respekt, ey. Muss ich echt zugeben, war echt krank. Jetzt können wir hier das Schloss einsetzen, dann können wir hier rein, oh Lord. So lele, was haben wir denn hier schönes? Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans Adresse des Auftritts ist verloren. Einmal Dementoren, man. Dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Hey! Ist das Home? Ist das Home? Detektiv! Juan! Juan! Ich hoffe, sie haben gefunden, was ich suche. Ich fürchte, es gibt keinen Besonder. Warum meint der jetzt? Was hat der denn hier? Ich war schon da dran. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, kam wie dick nach. Los! Der Poetfilmer. Rex. Genau! Viel Glück, Detektiv. Weil er sich fast umgebracht hat. Mhm. Tico, wo sind wir denn jetzt gelandet? Na, durchschöpft. Was geht? Oh, Miss Ruth Tolland, um genau zu sein. Edward Comby. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Nett. Ganz gut. Ich weiß, ich habe guten Geschmack, Detective. Ich hörte, sie versuchten, Jeremies Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Nein. Aber ich frage mich, wenn er es versprochen hat, kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Ich will Jeremy nur aus einem Schlamassel recken. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht. Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich habe es in einem Traum gesehen. Was? Er muss dann das Zeichen machen oder was? Ui, jetzt tanzen oder was? Aha. Ah. Die Prex Shipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch. Die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detective? Bonne Chance. Hey. Haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detective? Prex Shipping Company. Nein, ich habe Ihre Kleinen nicht gesehen. Au revoir, Madame. So. Aha. Setze nach der Adresse, dass ich auftritt. Die Drex-Amport-Gesellschaft. Laut diesem Buch aus Tarot-Ea gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Also es gab hier irgendwo eine Vorführung. Von der anderen Seite verschlossen. Und die hat irgendwas mit Jeremy zu tun oder was? Irgendwie war Canby nach New Orleans zurückgekehrt. In die Nähe der Docks. Er konnte das stechende Aroma des Mississippi River riechen. Vor ihm lag die Prex-Amport-Gesellschaft. Laut dem Buch in der Bibliothek sollte er dort drin die Adresse finden, an der Jeremy das erste Mal auf den Schattenmann getroffen war. Suche eine Adresse des Auftritts der Schattenmann in der Prex-Amport-Geschäft. Vielleicht ist der Schattenmann irgendwo in so einer Vorführung aufgetreten, wie der gerade erzählt hat. Und, ähm... Ja, genau. Und hier drin sollen wir anscheinend die Adresse finden. Wie kommen wir da jetzt aber rein? Oder wo kommt der eigentlich her? Wie kommen wir da jetzt? Ich bin einfach zu gut für dieses Game. Tom Lee Leiter. Was geht? Was geht? Was ist das eigentlich der für einen geilen Emoot hier? Gute Nacht aneinander. Gute Nacht live. Schlaf gut. Beim Spiel, wir zocken gerade Alone in the Dark. Summit. Schreibmaschinenband. Irgendwer hätte mich das hier so ein bisschen an Mafia, ne? Hat irgendwie sowas ein bisschen bei Mafia-Vibes? Was geht, Tom Lee? Alles gut. Da ist der Schotfeld-Patron. So, mal hier rein in das Gebäude. Abgeschlossen. Geist cool. Warum ist jedes Gebäude hier abgeschossen? Genschen Impact? Geil. Okay, jetzt sind wir hier drin. Man merkt echt, dass das Spiel hier die Liebe zum Detail ist, ne? Also so detailreich, wie das Ganze hier aussieht, ist schon wild. Okay, wir haben einen Schuss. Okay, da haben wir das. In meinen bloßen Händen kriege ich das auf keinen Fall aus dem Weg. Aber wenn ich diesen Kran zum Laufen kriege, sollte es funktionieren. Okay, wir müssen den Kran zum Laufen bringen. Was haben wir jetzt in den Schlüssel bekommen? Äh, Schlüssel des Showarmans. Schlüssel des Showarmans? Was ist denn ein Showarmann? Ist das nicht so ein Kran? Welchen Kran meint der denn? Den hier links? Okay, jetzt drin sind anscheinend auch noch Monster. Maschinengewehr-Patron? Wo haben wir denn hier ein Maschinengewehr? Habe ich das übersehen? Hä, wo ist denn hier ein Maschinengewehr? Okay, wo lang muss ich denn? Also, wir müssen irgendwie zum Kran kommen. Ich weiß nur, wie. Okay, da links ist der Eingang. Aber warum geht der eigentlich so langsam? So einfach geht's, ne? Manchmal auch. Da haben wir noch eine Kiste, ein paar Pistolenkugeln. Den nehmen wir natürlich mit. Okay, äh, wir haben... Aha. Das war's. Ich weiß ja, wo ich bin. Easy. Aber mit den Kämpfen müssen wir gegen die nicht... Aber die Gegner stellen echt keine Herausforderungen da, ne? Also wenn ich das mit den Weezy-Teilen vergleiche... Lass auf was? Sind das Klicker? Ich schon weiß, es hat sich eins zu eins... Chat, ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht Klicker sind. Das sind doch Safe-Klicker. Hallo? Da, das ist Klicker. Pssst. Hallo? Nebst du noch? Digga, da ist es doch Klicker. Kann man die nicht von hinten killen? Oh mein Gott, da ist noch eins. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Wir kriegen das alles hin. Ganz geschmeide. Wahrscheinlich dürfen wir bei denen keine Geräusche machen. Weil die uns dann angreifen werden, ne? Oder schnarche ich da einfach nur? Das war's. Wie komm ich da lang? Wir müssen da lang, oder? Das war's. Soll ich den ablenken? Oh. Okay, sie gar nichts. So So, jetzt sind wir im Lagerhaus, genau Und im Büro befindet sich wahrscheinlich dann die Adresse, stimmt's? Kapute Trompete Ich schau mich mal hier um, was es hier so schönes gibt Ein paar Pistolenkugeln Und jetzt hoch Ey, das ist echt was, so eine Mafia, ne? Könnte tatsächlich der vierte Teil von Mafia sein, Mafia 4? So, hallo, ist jemand da? Ah, da ist die Maschinenpistolen Ich hab mich schon gefragt, warum wir Maschinenpistolen, Munition bekommen, wenn wir noch gar keine haben Tommy Gun Geil So, wir brauchen einen Code für das Safe hier Wir brauchen einen Code für den Safe Wie knacken wir den? Muss ich jetzt raten, oder? Wie geht das jetzt? Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt Aber Blut ist vergossen worden Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen Und dort von jenen ertränkt Die in den Tiefen leben Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden Okay, links liegt Pein Rechts die Leere Willst du zurück, so musst du den Hass stellen Pein, leere, Hass Links, also nach links die Pein Rechts die Leere Um Hass stellen bedeutet ja rechts Nochmal rechts Was bedeutet denn Pein, leere, was, was Pein, leere, was soll das denn bedeuten, Bruder? Was bedeutet das? Links die Leere, was? Links liegt Pein Was heißt das, Chat? Hatte man eine Idee? Wie kann man das denn In diese Zeichen Links liegt Pein Was bedeutet das? Ach, keine Ahnung Links liegt Pein Rechts zieht die Leere Und so wird es immer zurückgestellt Ich habe keinen Plan Was damit gemeint sein könnte Ich komme mir so lange nicht weiter, glaube ich Ja, wir müssen das irgendwie öffnen Nein, die Waffe sieht schon geil aus Okay, ich schaue nochmal Halt, ich muss glaube ich jetzt echt mal nachgucken Weil ich stehe komplett auf dem Schlauch-Chat Alone in the dark Save Save Code Ah, da ist eine Karte Okay Ich habe gesehen, da ist eine Karte, Chat Mississippi und sowas Okay Okay Drei, vier 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 links Vier Warte Warte, vier und sieben Eins, zwei, drei, vier Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sieben rechts 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 Die Leere Muss ich dem H stellen Drei Vier links Vier links Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung Nichts Und dann Ja, ne сим Was Ich bringe sich den Karte Und dann Und dann Ich going Warte Drei Was ich habe keinen plan links hier links hier links 4 rechts gut morgen was geht's so, Frachtliste der schwarze Pharao der schwarze Pharao der in der Galatine Street auftritt ok schwarze Pharao Galatine Street und da, das ist die Adresse oder was? los geht's das ist die Adresse, an der Jeremy dem Schattenmann das gesternmal begegnet ist sehr gut, sehr gut und der schwarze Pharao irgendwas ägyptisches muss es zu tun haben hier 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 Da geht's. Jäger, warum lädt der nix nach? Easy! Hallo Alena, was geht? Alles gut? So, und jetzt müssen wir zu dieser Adresse. Sieht so aus, als habe der Nebel sich gelichtet. In Mississippi. Ist das die Adresse? Aha, wir sind in so einem Häuschen drin. Boah, sieht das krank aus hier drunter. Hallo? Ist jemand da? Wie klein das auch hier ist. Wie viele Treppen sind das bis nach oben? Das habe ich auch noch nie gesehen. Stell euch mal vor, das ist auf meine Frau. Das ist Jeremy. Bruder, was machst du da? Sagen Sie mir, was das alles soll. Willkommen, Detective. Zur größten Show diesseits des Mississippis. Nialatotep, der schwarze Pfarrau. Der uralte Magier, der tausend Leben lebte und tausend Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um. Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde Sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Nevere. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht. Ich muss dieses Opfer bringen. Was labert der? Gott verdammt, Jeremy. Was laberst du, Jeremy? Ich werde Sie retten. Keine Sorge. Und da sind wir wieder. Wie rettet man jemand, der nicht gerettet werden will? Na ja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. Okay, hier sind Zeichen drin. Okay, und mit dieser Dings, mit dem bestimmten Zahlencode, kommen wir dann in diesen Tempel. Also können dann in die andere Welt kommen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ah, okay, ich weiß es. Jetzt müssen wir umgekehrt denken. Okay, jetzt müssen wir umgekehrt denken. Und zwar das kleine, also das kleine ist 1, 3, 4, 5. 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 8. 5, 2, 8. 5, 2, 8, okay. So, dann versuchen wir es mal. 5, 2, 8. 5, 2, 8. Okay, irgendwas ist falsch. Musst du jetzt andersrum versuchen? 2, 5, 8. 2, 5, 8. 2, 5, 8. 2, 5, 8. 2, 5, 8. 2, 5, 8. 2, 5, 8. 2, 5, 8. Also eine 2 ist auf jeden Fall dabei. 1, 2, 3, 4, 5. Die 5 ist auch dabei. Und das M halt, ne? 2, 5, 8 hatte ich gesagt, ne? Als wenn ich das anders mache. 2. 2, 2, 3. Ah, okay. Was ist das denn? 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 Hier. Das ist doch hier, oder nicht? Ich finde einen Weg in einem versunkenen Tempel. Boah, sieht das geil aus hier. Alter, sieht das krass aus. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir plötzlich in der Wüste sind. Digga, gab es nicht früher eine Kinderserie sogar? Der Totenstein, kennt ihr das noch, Chad? Totenstein hieß das, glaube ich. Es gab doch früher so eine Kinderserie. Wie ging das denn nochmal? Ich habe irgendwie so einen Song in meinem Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie der Song ist. Vielleicht hätte ich das hier ran lassen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwie in den Tempel hier. Maschinengewehr-Modition. Wir müssen jetzt gegen Pharaonen kämpfen oder was passiert hier gleich? Setz euch ans Lagerfeuer, ans Lagerfeuer. Okay, wir haben ein Seil bekommen. Und jenseits des Nithals. Der Tempel von Nefren-Kar liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt. Und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen. Aber sie ist im Sand versunken. Der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt. Aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens, die gibt es immer noch. Der Tempel soll lichtlos sein, erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen. Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das man Niyalatotep nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens Leuchtender Trapezoeder ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt. Eine Botschaft an die Götter. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden. Aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus. Dunkle Wunder im Austausch für Seelen. Krass. An sich kommen die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, das wiederum das Licht bündelte. Das von einem seltsamen Stein namens Leuchtender Trapezoeder ausging. Wenn man sich Lichtstrahlen über die Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durch All in Richtung schwarzer Sonne. Also Licht bündelte in Richtung schwarzer Sonne. Eine Botschaft an die Götter. Und dadurch kommen wir wahrscheinlich in den Tempel. Können wir euch das Schloss öffnen? Wie sollen wir das machen? Ja Bruder, wie willst du da runterspringen? Ja genau, wir könnten das dann hier befestigen. Und dann runter da. Bewandte alte Mechanismen des Tempels. Es ist die Sternkonstellation aus einem von Jeremys Büchern. Der Stier. Dieser eine Stern ist eindeutig größer. Muss wichtig sein. Ich habe ein Gefühl, dass der Vertrag hier irgendwo versteckt ist. Aber wie komme ich ran? Okay, der hat einen Vertrag mit dem Schattenmenschen geschlossen. Also mit einem schwarzen Pharaon. Kleinen schwarzen Held, der war mega sübs. Ja genau, den kleinen schwarzen Welpen, ja. Okay, die müssen wir jetzt hier irgendwie versuchen, sich zu richten. Oder wo kommt die? Okay, der ist die chicken! Okay, der ist sicher auch nicht viel besser. Ich habe die Schwarzen Ich-Semmutter. Ich habe die Kumpel-Zus-Growzeh und den kleinen Raum gezin. Und ich habe die Kumpel-Zus-Growzeh. Aber ich habe die Kumpel-Zus-Growzeh. Und ich habe es die System-Growzeh. Ich habe die Kumpel-Zus-Growzeh. Der ist der Kumpel-Zus-Growzeh. Okay, der war schon süß, ja, ja. Fledermais bringen mir nichts dazu. Habt ihr schon mal eine Fledermaus im Haus gehabt, Chat? Ja, also die Sonne geht erst um Kasimo, also von daher. Ja, deswegen ist, ich kann ab Freitag nicht mehr streamen, Chat, weil meine Eltern da sind. Und, ja, deswegen ist es ein bisschen problematisch. Deswegen wollte ich das Game nochmal durchspielen, wisst ihr, bevor die kommen. Also, morgen ist nochmal der letzte Tag, wo wir es halt nochmal durchzocken können. Jetzt ist die Frage, wie muss ich das jetzt hier richten? Neoget, die ignorieren sich, man muss also ehrlich eigentlich keinen Hund wollen. War schon sehr spontan. Wie kommt es eigentlich dazu, wenn man extra nur einen Hund holt? Da fehlt etwas. Bohrt sich das durch? Ah, das sieht funktionstüchtig aus. Es hat geklappt. Aha. Okay. Ne, hat aber so viel bei uns rumliegen gesehen. Was habe ich noch geschrieben? Zum Glück noch nie, aber nachts ist öfters ein Einfliege gesehen. Dann machst du heute Abend noch Freitag. Machst du was mit der Eltern, das ist doch perfekt. Ja, genau. Morgen halt auch noch, ne? Sollte es gestern nicht dabei sein konnte. Alles gut, alles gut, Kirito ist doch. Alles gut. Achso. Du musst ja nicht da sein. Weil Freitag bin ich selber am Stream. Echt? Was ist denn da im Stream? 700 Euro in Vapeville? Ist das nicht ein bisschen viel Geld? Das ist auch relativ riesig wieder hier, der Tempel. Diese Dinger facken schon mies ab. Okay, wir brauchen hier auch noch was. Können wir dieses Ding eigentlich mitnehmen? Oder müssen wir das eventuell mitnehmen? Das, was wir gefunden haben. Wo war denn das? Ist hier unten? Waren wir hier unten schon? Ja genau, da ist der Linsenhalter. Die können wir aber nicht mitnehmen, schade. Ich dachte, vielleicht können wir das irgendwie mitnehmen. Lass mich fragen, warum sind denn Hunde vapeville so teuer eigentlich? Ich glaube, wir müssen hier erstmal durch. Dann brauchen wir auch noch was. Also wir brauchen insgesamt glaube ich drei Stück von denen. um die dann zu richten, damit sich das öffnet. Damit sich das öffnet. Okay, haben wir das. Okay, haben wir das. Das ist halt schon ein bisschen teuer. Das ist halt schon ein bisschen teuer. Die ganzen Sachen. Das Setup. Samstag guckst du in Deutschland gegen Frankreich. Ist das ein Gastspiel? Ich weiß auch nicht, warum die so teuer sind. Jetzt kommt man auf die Rasse an. Wie teuer wäre so der Vape gewesen, den man Kumpel hätte? Wie teuer ist so ein Vape-Chat? Hä? Wie lange? Bin ich jetzt komplett einmal rumgelaufen oder was? Wo finde ich denn diese Dinger? Guck mal. Ich geh glaube ich die ganze Zeit im Kreis, oder? Obwohl, dahinten ist auch noch eine Tür. Was haben wir hier? Das bringt nichts. Hier ist auch nichts. Ah, hier ist sogar eins dran, sehe ich gerade. Kann ich jetzt diese Fledermäuse zerstören? Also töten? Wo könnte das dran sein? Okay, die andere Seite hat es geöffnet. Oh mein Gott. Das hier hat sich geöffnet, oder? Was ist die Schlange hier gerade? Wie krass ist das hier gemacht? Einfach nicht Schlangen? Okay, also. Wie kommen wir jetzt hier durch? Okay, jetzt können wir das Ding hier nochmal lenken. Frage ist, wohin? Auf dem Boden war doch was. Das Ding bewegt sich auch so langsam, ne? Ah, okay, okay. So, jetzt haben wir eins davon. Und jetzt können wir theoretisch wieder hochgehen, ne? Mit dem Ding. Und hier. Okay, wir müssen wieder hochgehen. Und hier. Okay, wir müssen wieder hochgehen. Wie ist der Unterschied zwischen Riese und diesem Game? Doch, schon. Deswegen ist Riese und Evo eher so mehr Action, mehr Kämpfen. Und hier ist es eher mehr Rätsel. Weißt du was ich meine? Ist schon ein gewaltiger Unterschied. So. Der Stern passt hier nicht. Wofür könnte der Stern passen? Ich schau mich mal unten an. Hier nicht, ne? Ich versuch's mal hier, aber kann ich dir nicht vorstellen. Hier ist ja schon eins dran. Da hinten, hier rechts ist glaube ich noch eins lose gewesen. So ist der Stern. Und da oben ist auch noch eins. mal. Guck mal! Easy lifehack! Ich hab' ja gelappt. und jetzt können wir jetzt runter gehen von hier rechts so zack einmal runter dann raus hier und dann durch das andere tor rein das sich gerade geöffnet hat das hier nehme ich oh man so und jetzt nehmen wir hier runter drücken und dann können wir das ding hier zur seite lenken ich war auch glaube ich irgendwo kasten zu gucken spannend ich jetzt sie mal selber kopf warum das denn was soll ich damit machen das stein irgendwas geöffnet sehr gut dann haben wir das dann haben wir den letzten stern dem ist jetzt oben befestigen und dann sind wir eigentlich fertig, oder? wir sind hier fertig, oder? so, zack einmal jo ich weiß nicht, könnte man das hier festlegen ok verstanden, das ist das erste dann müssen wir jetzt das zweite noch wir müssen alle Dinger so ausrichten, dass sie genau auf den Pharaon, sage ich jetzt mal, treffen damit sich da der Zugang öffnet das heißt, ich müsste hier links das ganze nochmal einstellen und dann ganz hinten auf der anderen Seite und jetzt da oben noch das letzte Zeichen und dann haben wir eigentlich alles was ist jetzt passiert? was ist denn jetzt passiert? hat sie irgendwie Zugang geöffnet oder sowas? was ist denn jetzt passiert? aha jetzt müssen wir hier schnell runter, bevor das ganze hier einstürzt und bald ich doch los los ah los ... ... ... ... ... ... ... Es wird gleich zusammenbrechen. Ne, wirklich. Nur baldig. Okay, wir sind da. So, was haben wir denn so schönes? Was ist das? Erkämmt psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten. Die Bedingungen der Schattenmanns. Der Vertrag. Der Vertrag. Der Vertrag. Welche Einheit ist, der Vertrag. Der Vertrag. Kranke, ey. Kapitel 4. Haben sie ihn wohl mitgenommen, ne? Ah, Emily, du bist schon was gehst. Ich glaube, ich weiß, wie man den Pakt des Schattenmanns bricht. Was genau soll das bedeuten? Dass alles wieder normal wird. Äh, na schön. Äh, ich habe mehr Informationen über der Sado und die Patienten. Hier gehen einige wirklich seltsame Dinge vor. Ich glaube, zwei der Patienten sind tot. Vielleicht auch der Buchhalter. Oh ja, ich habe bloß aufgehört, mir Sorgen zu machen. Tja, halten Sie einfach die Augen offen, schätze ich. Was haben Sie nochmal gemacht? Jeremy hat den Pakt mit dem Schattenmann geschlossen. Damit der Wahnsinn nicht raus kann. Na schön. Ich werde ihn brechen. Ich habe nur... Wo ist der... Wo ist der Talisman? Hängt um Ihren Hals. Ich mache mir Sorgen, Detective. Quatsch, mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen, dass Sie keine große Hilfe sind. Aber wenigstens sind Sie eine Ablenkung. Vertrauen Sie mir. Ihr Geld ist gut angelegt. Ihr Geld ist gut angelegt? So wie es läuft, bin ich ein gutes Schnäckchen. Was ist das alles für 150 Dollar, ne? Das ist auch geistkrank. Der Vertrag in der Schattenmanns. Psychologische Traum anerkennend. Die Barrieren der Selbsttäuschung durchbrechen. Mich an ist das Fallzüge. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hardwood-Fluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach. Über griechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben. Also er wollte halt sozusagen, die Wissenschaft, damit sie übrigens nicht, weil es gibt nichts, was, es gibt einen Hardwood-Fluch. Nur der Opferdeutsch kann die Verzweiflung aus Jacobs Augen entfernen. Aber das Zitat würde den Untergang von De Seto bedeuten. Also wenn man den Opferdeutsch benutzt, würde man sozusagen den Fluch brechen, wie ich das daraus lesen kann. Das ist jedoch der Untergang von De Seto, weil dann sozusagen die ganzen Monster dann freikommen. Und er geht halt sozusagen dieser Forderung nach von dem Schattenmann, griechendes Chaos. Und dadurch im Gegensatz errichtet der Schattenmann sozusagen ein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Genau. So in etwa, ja. Frisch in Dr. Grey's Büro ein und finde heraus, was er vorhat. Äh, gute Nacht, Alex. Schlaf gut. So. Er muss doch hier irgendwo sein. Er würde das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detective gesehen? Wer ist der? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, wie wir. Wird er ihr Erscheinen gut heißen? Gepriesen sei die Mutter. Ihr müsst davon nichts erfahren. Es ist wegen Jeremy hier. Ich weiß nicht, was ich denn jetzt habe. Verruhig dich. Ist noch nicht so weit. Es tut weh. Ist die Schwange oder was? So wie ich das sehe, scheint der Detective Probleme zu lösen. Nicht zu machen. Sei einfach wachsam, falls er doch etwas ansteht. Das müsste der große Saal gewesen sein, wo wir hier waren. Aber sieht ein bisschen anders aus hier, ne? Sind wir eventuell noch in einer anderen Welt gerade? Scheint zumindest so weit. Ne, wir sind wieder in der Realität. So, was war denn unsere Mission? Wir wurden ins Archiv verschoben. Okay. Verstehe. Genau, wir haben den Opferdeutsch bekommen. Lesen wir mal das Kapitän. Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer noch nicht gefunden. Karni nahm an, dass das gute Nachrichten waren. Emily hatte ihn an ein paar seltsame Tode in Decedo erinnert. Und Karni war sich nicht sicher, wen er trauen konnte. Der zwei Pfleger hat Jeremy immer noch nicht gefunden. Karni nahm an, dass das gute Nachrichten waren. Emily hat in ihrem paar seltsame Tode an Decedo erinnert. Er wusste halt nicht, wen er mehr trauen konnte. Brich in Dr. Grace Biro ein und finde heraus, was er weiß. So, dann gucken wir erstmal auf der Karte. Wo war denn Dr. Grace Biro? Also wir sind hier. Das heißt, wir müssen hier gleich rechts gehen. Ist hier wie ran, das... Jesus, was zur Hölle war das? Was geht denn jetzt ab? Ja, ist blockiert. Finde einen anderen Weg in die Treppenhalle. Wie kommen wir denn noch in die Treppenhalle? Wahrscheinlich müssen wir hochgehen. Vielleicht hier durch? Ich will den Pflegern jetzt nicht begegnen. Ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen kann. Scheiße. Der Gefangene im Eis. Ja, das Gute ist halt echt, dass die Texte hier vorgelesen werden. Also wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt die ganzen Sachen hier selber vorlesen müsste, ne? Das wäre jetzt glaube ich nicht so geil, ne? Können wir vielleicht hier irgendwo entlang kommen? Ein Hinweis? Und die Astart-Künstlerkolonie. Eine Monografie von Jahel Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Äh, das wissen wir doch schon, ne? Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern. Hörbuch ist wieder am Start. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Arges und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand sechs Jahre lang. Bis eines Tages alle zwölf Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurricane zusammenhängt, der am 29. September 1915 die Region heimsucht. Mh, mit dem Hurricane, das wissen wir ja schon. ...hören Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Madi-Grab-Paraden als die Piraten von Poncha-Train. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatsch-Spalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astart das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von Dessettos Geschichte besonders interessant. Selbst der Name Dessetto ist der einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin. Warme einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin? Dessetto. Ja, okay, das ist krank. Also es gibt keine Annahmen, warum die Leute alle verschwunden sind. Bestand sechs Jahren, bis eine Zeit zwölf Mitglieder ohne. Genau, die verschwanden durch den Hurrikan. Ja, aber es gibt keine richtigen Beweise dafür, ne? Und moin Karo, was geht? Alles gut bei dir, Karo? Guten Abend, Kai. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Ich glaube, waren wir... Ja, hier waren wir doch schon mal, ne? Das ist dieser Harry Potter Garten. Kommen wir hier durch? Okay, die Tür ist auch verschlossen. Aha. So, dann schauen wir uns mal auf der Karte um. Ich vergesse mal wieder, dass wir das drücken können. Wo können wir am besten durch das Treppenhaus kommen? Was denn für den großen Salon den anderen Weg nehmen? So, McCarfys Zimmer. Die Tür ist verschlossen auf der anderen Seite. Ich versuche es aber trotz dessen noch mal. Und wo bin ich denn gekommen? Hier? Genau. Jetzt müssen wir aber nur zurück in den großen Salon. Ist blockiert. Hä? Ist blockiert? Das war doch gerade nicht blockiert. Was soll denn vom Dings ausgehen? Vom Kesselraum geht auch nicht. Ich finde einen anderen Weg in die Treppenhalle. Wie kommen wir denn in die Treppenhalle am besten? Ist auch verschlossen. Warum benötigen halt überall einen Schlüssel? Warum steht die Tür hier offen? Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen. Dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra. Sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Baptiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird. Miss Thompson. Miss Thompson. Die Mrs. Thompson. Okay, oben kommen wir nicht durch. Also wir müssen, glaube ich, zu 100% hier lang. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg. Vielleicht durch den Garten, dass wir hier lang gehen. So, wir sind hier. Wintergarten. Hier können wir auch nicht hoch. Hä? War der Weg auch vorhin versperrt? Was geht denn jetzt ab? Was muss ich beenden? Was ist... Hä, was verlangt danach? Was wollen die uns damit sagen? Warum höre ich diese Stimmen? What the fuck, Digga? Was geht denn hier ab? Irgendein Mädchen. Was für ein Mädchen. Ist ja auch verschlossen. Geisteskrank. Boah, es kann doch nicht sein, dass hier alles verschlossen ist. Ist hier irgendwas, das wir eventuell übersehen haben? Können wir nicht theoretisch da hochklettern? Aha, genau, stimmt. Können wir hier hochgehen, vor vergessen. Okay, wir sind wieder im Treppenhaus. Und jetzt müssen wir in Dr. Grays Zimmer, richtig? Müssen wir einfach... Wo war Dr. Grays Wohnung? Ist oben. Was geht, Mobperio? Ja, wir zocken wieder das Hörbuch, Chat. Herzlich willkommen an all die wieder da sind. Ah ja, Caro, was geht? Alles gut, wird bei dir? Äh, wir zocken wieder das Hörbuch. Genauso, Chat. Und moin, Joshi. Ist das Spiel auf Deutsch? Ja, das Spiel ist auf Deutsch. Äh, und moin, Aileen. Guten Abend. Wie geht's dir? Und guten Abend, Kai. Sorry, wenn ich jetzt hier irgendwen vergesse. Ähm, ich konzentriere mich meistens dann immer noch hier auf das Spiel. Wisst ihr, Chat? Ich hoffe, ihr versteht das. Liebe deinen Content-Kuss. Und hello, Curly Janse. Wie geht's dir? Alles fit? Wir haben bei dir gesagt, ihr muss, muss... Oh, der raucht ja erstmal eine schöne Zigarette. Gönn dir, Bruder. Negaro. Chat, der gönnt sich erstmal eine Garo. Eine schöne Garo. Wohin? Ist das, warum war das eigentlich so normal, dass jeder damals so viel geraucht hat, ey? War das irgendwie so ein Markenzeichen? Genau, holt euch am besten was zu knabbern, was zum Trinken, was zum Snacken. Genießt den Stream. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir kommen langsam dem Ende nah. Sind schon in Kapitel 4. Soweit ich weiß, gibt's insgesamt fünf Kapitel. Wo ist denn der Dr. Grey's Dings? Der Eingang ist blockiert. Wie kommen wir denn rein? Versuch's mal. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Und Rauchen ist tödlich, genau. Es fängt erst gar nicht an mit anderen. Vielleicht ist es Dr. Grey's Wohnung. Wo müssen wir in Dr. Grey's Büro? Ach, das ist ja unten, Bruder. Ah, wir sind umsonst hochgegangen. Das ist ja unten. Digga. Es gibt einmal eine Wohnung und ein Dings. Der hat einfach im Haus eine Wohnung. Wo geht's denn hier runter? Hier lang. So, dann gehen wir mal runter. Wie alt bist du denn, Caro? So, okay. Und jetzt Dr. Grey's Büro. Das ist hier geradeaus irgendwo, ne? Ah, nee, Digga. Jetzt gehen wir schon wieder zurück. Ey, mit dieser Karte. Ich komme irgendwie nicht klar. So eine kleine Mini-Map wäre halt schon nicht schlecht. Ich brauche den Schlüssel. Ja, Bruder. Wo soll ich denn den Schlüssel ja bekommen? Was ist hier Dr. Grey's Büro? Hier links ist es, ne? Irgendwo da drin muss es einen Satzschlüssel für Dr. Grey's Büro geben. Öffnen safe in der Verwaltung. Aber vielleicht hatte sie Jeremy. Vielleicht hatte sie Jeremy. Ja, das kann natürlich sein, aber... Ja, was ist mit Jeremy? Wo soll ich den jetzt finden, Bruder? Er sagt, vielleicht hat der einen Jeremy gehabt. Wo ist denn Jerry? Als ob der irgendwie mit mir abhängt. Ja, Bruder, ich rufe dir jetzt kurz mal an. Frag mal, wo der Code ist. Mir geht's auch gut, Eileen. Und moin Tag, Rau. Was geht, was geht? Den Code hatte Jeremy. Geisteskrank. Äh, so, wo ist der Safe Code? Vielleicht müssen wir mal die anderen Zimmer erkunden. Ich erkund mal die anderen Zimmer. So. Was geht denn jetzt? Was geht, Bruder? Detective Conby. Schön, Sie wiederzusehen. Ist der Fall schon gelöst? Mhm. Ich bin dran. Hey, Grace, geht's dir gut? Oh, hier geht's einfach prächtig, Detective. Freust du dich denn schon auf das Johannesfest, Grace? Kann's nicht erwarten. Kinder. Wunderbar, oder? Was genau ist der Plan für heute Abend? Oh, nicht viel. Wir essen, trinken und dann ehren wir den Wunschbaum im Wintergarten. Das Übliche. Warum dann die Aufregung? Heute Abend ist einfach besonders. Etwas ist anders. Wir spüren es alle. Außerdem haben wir ein paar neue Worte für das Gebet. Dank ihres Freundes Jeremy. Sie wird kommen und die ganze Welt verändern. Und alles wird neu beginnen. Was hat die für eine Maske auf? Sie sollten kommen. Hört Masken fest, oder was? Gott verdammt, Grace. Lauf einmal nicht weg. Der Typ ist so sturzbesoffen, ne? Digga, geistiskrank. Okay, nur das Puzzle haben wir noch nicht gelöst. Erstmal, was geht's? Pixel-Katze, die durch das Weltall fliegt und Regenbogen puffst. Was? Ach, du meinst diese... Ja, ich weiß, was du meinst. Dieses Meme warst du damals, oder? Ach, Kahn, du bist das safe. Karamisiert und... Habt ihr Chat mal karamisiert und gesalzter M&Ms gegessen? Kennt ihr das? Und moin, Ezo, wie geht's dir? Alles gut? Bist du müde? Nö, eigentlich nicht. Ich hab ja Nickaschen gerade gemacht. Hallo, Anita. Alles fit bei dir? So. Ah, hier gibt's ja auch noch Sachen zum Erkunden, ne? Kann das sein, dass pro Kapitel immer neue Sachen hier freigeschaltet werden? Ne, hier gehen wir jetzt wieder zurück. Was jetzt liegt hier? Ah, Flusschlüsse, R-Geschosse. Wir wollen ja nicht, dass ihr verloren geht. Warum liegt da immer ein Schlüssel rum? Okay, das war das mit den Flaschen. Das kann sein, dass letzte Seite. Der einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast im Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten, etwas von draußen beinhalten. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3. Aber das waren nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. Ja, Geist ist krank. Also diesen Brief hätte ich ja nie im Leben gefunden. Okay, wir haben zumindest den Safe jetzt. Äh, den Safe-Code. Für den Safe in der Verwaltung. Ja, genau so sagt, du hast es geschafft. Ja, klar, klar, Mobbibu. Ich weiß genau, was das ist. Holst du einen Salz, können die Geister nichts anhaben. Ja, safe, ich hole Salz. Warum gibt es diesen Aber? Glauben eigentlich, dass Salz gegen Geister hilft? Ich kenne das immer damals aus Supernatural. Wer kennt das noch aus Supernatural, Chat? Die haben auch immer so Salz an den Türen gestreut, damit die Geister nicht eintreten. Also, beziehungsweise die Dämonen nicht. Warum habe ich dieses Puzzleteil her? Im Greys Wohnzimmer. Ist auch noch was. War das hier? Ja. Liegt auch noch irgendwas rum. Ah, wir brauchen Greys Zeichnung. Hä, haben wir die nicht? Können wir die nicht hier platzieren? Okay, komisch. Bei mir ist auch alles gut, also. Supernatural, Beste. Ja, ja. Ich habe Supernatural so durchgesuchtet damals. Kennt ihr das überhaupt noch, Chat? Das lief damals auf RTL 2, oder? Ich habe, glaube ich, alle 15 Staffeln geguckt. Es müssten 15 gewesen sein. Und es war einfach sehr, sehr geil. Ah, geil. Wir haben den Schlüssel hierfür. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. So, wir gehen erst mal in die Verwaltung. Hä, vermischen sich jetzt irgendwie die Welten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es hat geklappt. Aha. Warum auch immer? Schlüssel zu Dr. Grace Büro. Okay, dann haben wir den Schlüssel. Hä, aber warum? Wo sollte ich denn wissen jetzt, ob ich es links oder rechts drehen muss? Ist ja auch krass. Das ist ja wieder mal wild. So, dann gehen wir mal rein in Dr. Grace Büro. Und schauen, was sich drinnen befindet. Ich habe es ganz für mich. Ah, Cassander. Ich bin da fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Mhm. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. So, ich bin da fertig, Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuführen. Ich habe eines von Grace Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht. Graces Bildern. Okay, den Schlüsselgegenstand, das ist gut. Und den können wir bei Grace platzieren. Ein Piratenschatz, okay, das müssen wir... Das müssen wir auch gleich platzieren in Graces Zimmer. Und das andere müssen wir auf dem Atlas platzieren. Und wir haben den Treppenausschlüssel. Aber ist auch krass, ne? Wie die sich alle hier gegenseitig beklauen, ne? Ja, was geht denn jetzt ab? Hä, sind wir jetzt auf dem Schiff? Ach, du heilige Scheiße, was? Was ist hier gleich von diesem Schiff, was erzählt wurde? Was der Sretto damals angegriffen hat? Also die ganzen 13, 14 Schiffe müssen das gewesen sein, ne? Ich glaube, für das Game muss ich halt sozusagen an OC, am PC, auf Handys immer zu klein. Es ist halt ein bisschen... Aber weißt du das jetzt? Wo ist das jetzt, Mob Hero, in welche Richtung wir das denken mussten? Wie man in Graces Zimmer? Wo war nochmal Graces Zimmer? Oh, diese Karte ist so schmutz. Das Ding ist, warum zeigt es nicht wenigstens die Richtung an, wo ich hingucke? So eine kleine Mini-Map hätte man noch einbauen können. Guck mal, jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, wo lang... Jetzt bin ich wieder den ganzen Weg zurückgegangen. Diese Karte ist echt so schmutz. Ich kann das nicht mehr. So, hier ist Graces Zimmer, ne? So, dann platzieren wir mal das Bild hier. Haben wir gerade nicht ein Bild bekommen? Frankreich. Eine Karte. Das war's? Das ist aber nur ein Sammelobjekt. Okay, die Zeichnung haben wir die nicht bekommen. McAfee's Piratenschutz. Tja, was soll das sein? McAfee's Piratenschutz. McAfee's Piratenschutz. Ah, wir müssen runtergehen in ein Treppenhaus. Und da müssen wir in das Zimmer von McAfee und da befindet sich wahrscheinlich der Schatz, von dem sie erzählt. So, dann gehen wir mal wieder runter. Okay, wir sind das erste Mal hier, ne? Gar nicht mal so übel. Vielleicht habe ich dem alten Säufer Unrecht getan. Ach, das ist sein Zimmer. Ah, guck mal. Zu Hause, als hätte McAfee da drin etwas versteckt. Eine Belüftungsanlage. Wie können wir die aufbekommen? Moment, da Klarheit. Ich glaube, ich glaube, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht. Dass der Säufer zu meinem Grab werden wird. Ein Sarg, gemacht aus angeberischer Architektur. Ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Säufer hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Bruder, was ist das für Aussagen? In Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. So, abseits von der Zivilisation. Okay, schauen wir uns jetzt mal in den anderen Zimmern um. Vielleicht finden wir da irgendwas, um die Belüftung aufzuschrauben. Vielleicht brauchen wir sie in den Schraubenzieher oder sowas. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts, was sie gebrauchen könnten. Bruder, die hat ja gar nichts im Zimmer, oder? Das war's. Die hat nichts, was sie gebrauchen könnten. Und das Zimmer ist verschlossen. Aha, das ist die Bar. Alter, was geht denn hier ab? Der Mix-Becher. Bisschen Money, Money, Money. Oh, wir haben eine Kiste hier. Anscheinend wieder nichts drin. Geil. So, Chat. Wer möchte was trinken? Was wollt ihr trinken? Ich hab alles da. Bacardi, Jack Daniels. Alles mögliche. Jägermeister. Was wollt ihr trinken, Chat? Was hättet ihr denn gerne, Schönes zu trinken? Wodka E. Eine Wodka E. Alles klar, kommt sofort. Mit Red Bull, ne? Bacardi. Wollt ihr vielleicht... Ich hätt gern Hibi-Whiskey. 43 und mit Milch. Geht fit, geht fit. Werden wir noch was, Chat? Alles umsonst. Alles auf meinen Nacken. Ich nehm ein Everclear. Ein Everclear? Wie? Ist das ehrlich? Ich muss hier ein bisschen mixen. So, zack, 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 zack. Warte mal. Guck mal. Wir haben alles da. Wir haben Bourbon. Wine haben wir da. Wir haben hier. Oha. Bombay haben wir auch da, Chat. Einfach Bombay. Auf Sarkis Nacken. Chat, wir haben einfach Bombay da. Boah, Mexican Shot ist eklig. Ja, das ist Bombay, Chat. Das ist Bombay hier. Saki, lohnt es sich, das Spiel zu kaufen? Auf jeden Fall. Aha. Gehen wir mal runter. Hier unten waren wir noch gar nicht, ne? Rote Tür. Aha. Was ist das denn, Liga? Es sieht aus wie so eine Psychiatrie hier unten. Abgeschossen natürlich. Sündenbock. Also, also ich fühl mich nicht in der Lone bedag. Hä? Such allein. Ich bin allein im Dunkeljet, sag ich so. Es ist... Also, das Game lohnt sich auf jeden Fall. Macht schon Bock. Dieses Rätsel. Ist halt ein bisschen wenig Action. Ist ja Rätsel basiert, ne? Ich brauche den Schlüssel. Alter, das geht nicht so. Radiograph Nummer 1. Teilaufnahme eines Gehirns, die durch eine verstörende Dunkelheit gestört wurde. Was ist das für Stimmen? Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Jeremy Hartwood. 14. Juni 1930. Mhm. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremy's Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremy's Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Was? Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Also mit irgendeinem Schatten ist sein Gehirn verdeckt. Ist das vielleicht wegen dem Schattenmann? Und ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Okay, die einzelnen Platten haben wir ja. Einen Platten haben wir ja. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus Sankt Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremy's Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schäden eingeführt würde, würde die Nerven lösen. Wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Okay, das ist krass. Also was wollten die machen? Den Frontallappen zumindest mit so einer Eisspitze, also sie führen eine Spitze ins Auge durch und treffen sozusagen die Frontallappen. Und das löst sozusagen diese Nerven. Alter, wie eklig. Ich finde es halt geil, dass sie auch diese Texte vorgelesen werden. Das ist schon wild irgendwie, ne? Radiograph Nummer 2. OP-Raumschlüssel. Eine Sicherung. Okay, wir brauchen noch eine Sicherung, ne? Okay, ich glaube, wir können jetzt in dem OP-Behandlungsraum flüstern einen singen. Es sind die Jungen, sie preisen die Mutter. Also es ist eine typische Behandlung damals, vor allem bei mentalkranken Menschen einfach krank damals in Medizin. Die haben dadurch Menschen kaputt gemacht. Also gab es das anscheinend wirklich sowas, dass sie wirklich sowas ins Auge eingeführt haben zu der damaligen Zeit? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Okay, ist abgeschlossen. Das ist der OP-Raum. Dann gehen wir mal rein. Also Lobotomie gab es tatsächlich damals. Okay, das ist krass. Okay, da haben wir die zweite Sicherung. Welche Sicherung brauchen wir? Ja, genau. Machst du gut, mein Lieber. Ist doch gut. Und Elektroschock-Therapien gab es damals auch tatsächlich, ja. Soweit ich weiß. Er hält mich auch ein bisschen an Shutter Island, das Spiel gerade. Aber heutzutage ist sowas verboten, oder? Oder gibt es immer noch sowas, das angewandt wird? Also die Medizin von damals muss ja krass gewesen sein. Okay, wir haben zwei Sicherungen. Schalte um den. Wartet mal. So. So, den Strom an, um die Röntgenbilder zu tun. Und jetzt können wir die Röntgenbilder eigentlich untersuchen. Weil wir haben Radiograf 1 und 2. Und jetzt müssen wir wieder zusammenpuzzeln. Kannst du, ihr Bild aber kann ich drehen, ja. Ah, ich glaube, wir müssen das Passende dazu finden. Kann es sein? Dass wir nicht jedes benutzen müssen. Hä? Warum kann ich das nicht oben platzieren? Hä? Wie scheiße ist das gemacht, Digga? Ich check's nicht. Wie soll denn das gehen, Digga? Guck mal, ich kann es nicht links und rechts... Ja, doch, jetzt. Digga, wie soll denn das gehen? Digga, wie soll denn das gehen? Also, das ist ja schon mal richtig, dass es unten ist. Die Bilder können dem... Ein Gehirn passen. Ich glaube, heute wird man diese Leute gesteinigen, wenn solche Praktiken durchführt werden. Ja, ich glaube, also, wenn du heutzutage sowas machen würdest, das wäre schon krass. Aber könnte ich mir nicht vorstellen, Chad, dass heute sowas nochmal angewendet wird. Könnte ich mir bei wessen Willen nicht vorstellen. Das ist echt schon hart, das Rätsel, ne? Wie sieht denn so ein Gehirn aus? Das ist doch ein schwarzer Schatten, hat er gesagt, ne? Jermis Finsternis. Ein zerbrochenes Stück gebranntes Tons. Die Größe dreht darauf hin, dass es zu einer Statue gehört. Zu einer Statue? Vielleicht die Statue oben, kann das sein? Oben war doch eine Statue. Wollen wir schon im Labor? Okay, ist noch verschlossen alles. Und das war damals alles nur ohne... Ihr müsst euch vorstellen, ne? Diese ganzen medizinischen Untersuchungen, die damals durchgeführt wurden, die wurden alle ohne Narkose durchgeführt. Ich glaube, heutzutage wird das kein Mensch aushalten, ne? Digga, hier ist doch irgendwo ein Labor, ne? Ich bin doch im Labor, aber was fehlt denn hier? Irgendwas haben wir hier übersehen. Oh, was geht denn jetzt ab? Ist das Säure? Oh! Ach so, hier oben. Müssen wir uns hier durchquetschen? Abgeschlossen, geil. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, Jamie ist Finsternis, können wir hier platzieren. Ist das nicht von... Was ist denn? Sanva? Hieß die Sanva? Von der kleinen die Mütze? Was soll das sein? Muss das einen Baum darstellen? Kann man in die Dringer drieren vielleicht? Ja. Was soll denn das dastehen? Ich bin zu dumm für sowas. Ah, jetzt. Okay. Okay, jetzt müssen... Ah, okay, jetzt müssen wir den Talisman... Jetzt brauchen wir den Code dafür und dann kommen wir wieder wahrscheinlich in eine andere Welt. Aber in welche Welt? In die Welt der Finsternis? Könnte das sein? Was ist das? Wir schauen uns erstmal hier um. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Safecode. Einen Safecode. Den Code für den Talisman. Was sind hier diese Scherbe? Ja, okay, darauf kann er irgendwie nicht reagieren. Warum auch immer. Ist anscheinend nicht verbuggt. Okay, da hinten ist noch ein Raum. Ah, nee, von dort kommen wir. Es gehören jetzt Steinpuzzle. Einfach Puzzle-Chat. Warum so viel Puzzle in dem Game? Aber es macht Spaß. Es macht trotzdem Spaß. Vielleicht gucken wir mal in seinen Aufzeichnungen. 3, 8, 5, 3 vielleicht. Haben wir das schon ausprobiert? 8, 5, 3. Nee, ist das auch nicht. Haben wir denn von der Gehirnmasse irgendeinen Tipp bekommen? Kloster von Tarolia. 8, 5, 3. Ging auch nicht. Das mit dem alten Ägypten ist ja was anderes. We're always free numbers, Stein. Ja, das wissen wir ja. Wir waren ja schon in der ägyptischen Zeit. Haben wir den unteren Code schon benutzt? Ich schaue mich mal nochmal hier um. Dass hier vielleicht irgendwas in der Abwehr gebrauchen könnten. Ich finde Grace fehlende Zeichnung. Vielleicht müssen wir das echt tatsächlich machen davor. Was, wenn wir hier erstmal rausgehen? Wo kommen wir dann lang? Können wir überhaupt runter? Guck mal, im Dachboden. Da gibt's... Das haben wir schon gelöst. Ja, kein Plan. Also ich... Vielleicht wisst ihr es ja. Was wir jetzt machen müssen. Also was der Code ist. Aber ich weiß es gerade nicht. Ich guck mal, auf dem Dachboden gibt's vielleicht noch einen Hinweis oder so. Bruder, warum kann ich eigentlich nicht damit interagieren? Ich drücke X, aber es passiert nichts. Ist das vielleicht ein Bug? Ah, da steht 6, 4, 1. Okay, jetzt sehe ich es. Aber in welcher Richtung? 6, 4, 1. 6, 4 und dann 1. Was mache ich denn? 6, 4, 1. Das Seil. Okay, durch das Seil gelangen wir dann in die andere Welt. So, dann interagieren wir mal damit. Müsste doch gleich hier was passieren, oder? Ich höre irgendwas. Hä? Hört sich wie so mehr an, ne? Hä, wo lang denn? Wurde doch das Seil angezeigt, glaube ich. Da, runter. Oh, okay, wir sind jetzt wieder auf dem Schiff. Könnte sein. Äh, ja, wir sind hier. Warte, können Sie mich hören? Jeremy, wo sind Sie? Halten Sie durch, Jeremy. Ich überlege mir was. Ich mache das Boot startklar. Moin, Gion, was geht, mein Lieber? Alles fit bei dir? Mögt ihr es eigentlich, auf dem Schiff zu fahren? Bei manchen Leuten geht es so, dass sie, dass denen schwindelig wird, wenn die irgendwie, also so Schiffsfahrten geht bei manchen gar nicht, ne? Ich verstehe auch nicht so Leute, die so Schiffstuch machen. Wie können die das aushalten, so zweieinhalb Wochen auf dem Schiff? Muss man echt schon können. So richtige Schiffstouren von... Was geht denn jetzt? Mein Gott! Boah, das ist ja wie eine Spinne. Bei mir auch Reißhut. Also wirklich das Schlimmste, was ich im Videospielen hasse, sind so spinnenartige Viecher. Auch so damals, ich weiß nicht, ob hier das geht, so Kammer des Schreckens, ne? Als ich das damals geguckt habe. Ähm, ich fand's sehr... Jetzt hat sich in dieser sumpfigen Stelle festgefahren. Ja, ne? Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann ich vielleicht rückwärts wieder auf den Fluss fahren. Oder was? Gefangene Aßfahrbahn mit den Spinnen? War das... Welcher Teil war das? War das Kammer des Schreckens? Alles andere ist okay. Kreuzer... Es war cool. Segen und so. Kreuzerstoffel sind nix für mich. Meine deutschen 50 Kollegen lieben es. Ja, Kreuzerstoffel ist, glaube ich, eher sowas für die älteren Leute, ne? Die halt so viel mehr sehen wollen. Chat, welcher Teil war das in Harry Potter mit den ganzen Spinnen? Alter, sieht das geil aus hier. Also die Settings sind echt geil von dem Game, ne? Kreuzerstoffel... Hä? Schon wieder so ein Spimpier. Tja, warum stirbt das nicht? Askabar müsste es gewesen sein. Genau, das war Gefangene von Askabar. Und diese Spinnenszene, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wo die dann dieser Riesenspinne begegnen, ne? Ich fand das immer so schlimm, wo die ganzen Spinnen in dem Wald folgen. Und, ähm... Ja, und dann plötzlich auf diese Riesenspinne auf, ne? Also das fand ich echt eklig, ne? Es gibt, glaube ich, sogar ein Mod für Hogwarts Legacy, ne? Dass die ganzen Spinnen in dem Teil in etwas anderes verwandelt werden. Ist halt cool für die Leute, die so Spinnenphobie haben, ne? Die Karte ist hier nutzlos. Die Karte ist echt nutzlos hier, ne? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein bisschen Loot. Hier ist nix. Oh, das mit Seidenschnabel. Stimmt, stimmt. Äh, wo die den killen wollten, ne? Weil der in Schülerangriffen hat oder sowas, ne? Aber, Chad, mich würde mal interessieren, was ist denn euer Lieblings-Harry-Potter-Teil? Also, welcher Teil würde ich dir sagen, boah, der ist am geilsten? Ich glaube, da können wir hier... Können wir genau aufbrechen. Das sah nämlich schon so aus. Sirius und, äh, Wemus zum ersten Mal erscheinen. Das müsste, kann mal Schreckens gewesen sein. Sirius. Ich hab die nie geschaut. Ehrlich nicht? Da hast du was verpasst. Äh... Weiß ich, kann man Schreckens mit Sirius? Da verwechsel ich da gerade was. Feuercage, Asgaban. Ach, Asgaban war das. Feuercage war auch cool. Boah, Feuercage war auch geil mit den ganzen Spielen. Aber ich finde, Feuercage war auch schon so der erste... Einer der ersten Teile, die so ein bisschen erwachsener waren. Obwohl, Asgaban könnte man auch schon sagen, da waren die halt ein bisschen erwachsener. Okay, die brauchen Treibstoff auf jeden Fall. Ich mag alle Filme. Ich denke, Teil 3 war schon schön gesteilt. Teil 5 finde ich alles zu ernst geworden, wenn Lord Voldy. Ja, es wird halt ein bisschen ernster, das stimmt. Gut, die Harry Potter-Filme werden ja auch immer düsterer, ne? Wenn man am Anfang so guckt, die ersten Harry Potter-Filme, die waren ja eher so ein bisschen kinderfreundlich angelehnt. Aber dann so ab dem... Ab den anderen Teilen wurde es dann echt sehr düster. Okay, wir können das hier abfüllen, nämlich. Und das können wir dann unten platzieren, ne? Genau. Und jetzt strümen. Hmm. Kommen wir hier irgendwie hoch? Soll ich hier hochklettern? Was geht denn jetzt ab? Haben wir eine Privataufführung oder was? Oh mein Gott, das war's. Das war's. Oh mein Gott. Ich hasse diese Fischer-Chat. Warum sind jetzt so viele hier? Bruder, wie viele sind das? So ein Flammenwerfer wäre jetzt ideal. Das stimmt. Die Frage ist, wo lang? Wo lang müssen wir denn jetzt? Wunsch... Irgendwo müssen wir das Schiff anschalten. Ah, hier, hier vorne. Also hier müssen wir irgendwie rein. Wer spielt da hier mit der Gurgel? Könnt ihr mich mal ruhen lassen? Ah, hier. So. Hä? Geht das hier nicht? Ah. Ja. Hmm. Hey, wo lang? Ah, ich weiß, wo lang. Ich glaube, wir müssen da rechts runter. Ja, für sowas wäre ein Flammenwiff halt ideal. Das ist halt das Ding, ne? Aragok ist viel schlimmer, glaubt mir. Ja, ich habe immer noch Traumata von ihm. Habt ihr auch immer Traumata von der Spinne Aragok? Ich hoffe, ich spreche es nicht so. Aragok wird sich ausgesprochen. Es geht so, warum das denn? Wie lange war es gestern noch live? Ich glaube, wir waren gestern noch ein bisschen länger live. Wie lange genau, weiß ich gerade nicht. Ja. Wie lange war es gestern noch live? Wie lange war es gestern noch live? Zu. Ja Vor 30 jahren Fremden verließ ich auf meinen Tod Hä der hat uns einmal an meinen Hut gebracht Hä wie krank ist das gemacht Der sieht sie gar nicht Hä Haben Sie nicht eben mit Jeremy geredet Ich habe Jeremy heute noch nicht gesehen Alles in Ordnung Detective Das ist jetzt Schalter Also ich Ich glaube nicht also vielleicht Ich muss gehen Ich muss zu Jeremy Gut sagen Sie wenn Sie ihn gefunden haben Aber wir haben ihn ja schon gesehen Wenn man die alten Weiß man worauf man sich einlässt Ja die alten Teile Das Ding ist Aber du weißt das ist nur ein Hommage ist an die alten Teile Weil Es ist so ein bisschen angelehnt an die ersten Teile Aber es ist jetzt kein Wimike oder Wimaster Wie alt bist du? Ich bin 27 Naja ich sag mal 18 Aber ich bin 27 Äh jetzt die Frage Genau ich geh nochmal im McCafeys Zimmer Eher so ein WeWood Genau so sieht es aus ja Vielleicht hab ich dem alten Säufer Unrecht getan Hier waren wir ja schon überall 841 schon krass Sieht so aus Als hätte McCafeys da drin etwas versteckt Zulizzi ist noch 20 Jaja Ich machs immer so aus Joke mäßig Manche wissen halt nicht das richtige Alter Sag ich manchmal ich bin 20 und manchmal 12 Der Jugendspund Ja also wir kriegen diese Wie kann man diese Belüftungsanlage Ich wisse jetzt nicht was sie jetzt machen müssen Ähm Ja keine Ahnung Also sie brauchen jetzt sozusagen Irgendwas um diese Belüftungsanlage aufzubekommen Es tut so aus als hätte McCafeys da drin etwas versteckt Aber wie Da ist wahrscheinlich Ist das die Zeichnung die da drin versteckt Da ist wahrscheinlich diese Zeichnung drin Von McCafeys Zeichnung Wie bekommt man das auf Bruder zieh das doch einfach raus Ich bin noch da falls ich frags wo ich bin Okay alles gut der Flex Äh mein Bruder ist neugierig Ich zieh ihm gleich die Ohren lang Was mein Warum meinst du Namra Ich blicke gar nicht durch Und durch den Chat gerade Das ist der Chef aus Stranger Things Habe ich seinen Namen vergessen Genau genau das ist äh Bruder wie Chat wie hieß der nochmal Hapa Hapa ist es doch Aleykissalam Was geht Nines Alles gut Ich zeig grad nämlich selber deswegen Also zeig selber grad allein und was sag Hätte ich mal Essen nicht erwähnt Warum Essen Ja Bruder das ist halt Geistkreis Hoppa hoppa genau Sieht so aus als hätte McCafeys da drin etwas versteckt Also wir brauchen irgendwas Chat Wir brauchen irgendwas um diese Belüftungsanlage aufzubekommen Die Frage ist nur was Ich muss gucken Es geht nicht anders Also sonst suchen wir das ganze Haus noch rum Ja ich weiß halt nicht Wo wir das hinbekommen Warum leckt mein PC eigentlich immer noch Der rendert immer noch das Video ne Das ist auch geisteskrank Von vorhin Weil's wer essen geht Wer verrückt ist bei mir auch so Ist bei mir auch so Ähm Zockst du grad Zockst du nur Horrorgames? Nö ich zock alles mögliche eigentlich Ähm Wir haben auch andere Storygames gezockt Also ich zock als eher so generell Storygames Meistens Weißt du So jetzt vielleicht Last of Us Wollte ich jetzt nicht so als Horrorgame zeichnen Einmal auf jeden Fall einiges zockt Wir haben zum Beispiel die ganze Dark Pictures Reihe Dann Last of Us 1 und 2 Alles mögliche Pass auf dass sich keine Blondinen auf deinem PC setzen Wie kommst du da drauf schwarze OCD Aha Hier waren wir noch gar nicht Ich habe sie bei mir Hä Wo sind wir Digger War das Worn schön offen? Aha Das ist geil gemacht Guck mal Das meine ich an diesem Game ne Ist immer so über Nacht Überraschend Gute Nacht quasi Hä Ich kann nicht glauben Du solltest kommen Ich kann nicht glauben dass ich Dich hier erkannt habe Ist irgendwas hier von real 1 9 6 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 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 6 9 9 2 6 9 2 6 9 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Ich verstehe jetzt immer noch nicht welche Richtung wir das drehen müssen ne? Ok wir haben den Schlüssel gegen Jean Pico Juni, was ist das denn? Eine alte Mütze aus der Zeit Louisiana eine spanische Kolinie war Detektiv Hmm Ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht Das Kind nach dem wir suchen ist sicher Dank guter Leute wie Ihnen und mir Wir sind uns so ähnlich Aber Sie sehen nicht alles was ich sehe Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen müssen Sie auch das Mädchen finden So war es schon immer Die Jugend rettet uns alle Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden Passen Sie auf sich auf McAfee Ein Stück des Puzzles Wenn Sie eh nicht aber nicht alles Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen Müssten Sie auch das Mädchen so weit schon mal die Jugend retten Sie sollten mal in meinem Zimmer umsehen Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden So in dem Zimmer ist das fehlende Puzzleteil Da müssen wir wahrscheinlich im McAfee Zimmer Aber wie kann er sich daran denn nicht erinnern? Das macht doch keinen Sinn Ah das warfst du mal Ein World Open World Story Game ist das? Okay Und ist das eher in welche Richtung ist das? Horror oder? Sieht so aus als hätte McAfee da drin etwas versteckt So Und das ist die letzte Zeichnung Warum sollte McAfee das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht Was zu hell ist denn hier passiert? Du da was denn hier passiert? Okay Grace Zimmer So wir sind wieder da Und jetzt können wir die Zeichnung vollenden, weil wir das fehlende Bild haben Okay krass Ah okay das muss mit dem Mustern übereinstimmen So Vielleicht das hier so zack 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 Das passt Kann man das drehen? Ey Vielen Dank Dilek für deinen Sub im 6. Monat Vielen, vielen Dank Kuss Ah das ist so ein Spiel Wie geht's dir Dilek? Alles gut? Das ist sowas wie Ghost of Tsushima Hast du Ghost of Tsushima damals gezockt? Ich hatte mal überlegt das im Stream zu zocken Aber das ist halt viel zu lang weißt du Also es geht übelst ex lange Ist aber auch ein sehr geiles Game Ich würde sogar sagen Eines schönsten Spiele auf der PS5 Mach lieber das Dragon's Dogma 2 Lieber das Was ist das für ein Game? Dragon's Dogma 2 Habe ich noch nie gehört mein Lieber Du hast das aufs Platin Krass Du hast das auf Platin? Heftig Ich fand das immer geil in Ghost of Tsushima Wo man die unterschiedlichen Schildpositionen einnehmen konnte Das war übelst geil oder? Da musstest du glaube ich So einmal für Leute Für Gegner Die jetzt sozusagen So ein Schild hatten Oder ein Schwert Musst du so unterschiedliche Dings einnehmen Position Mahlzeit Geon was geht Alles gut Und MJ Ich werde am 1. April 40 Ach du ist bald Geburtstag Jetzt wirst du echt 40 MJ? Krass Ich hätte nicht gedacht Dass ich so viele ältere Zuschauer habe Krass Ich hätte nicht gedacht Das passt Das passt Das passt Hier ist irgendwas falsch Hier ist irgendwas falsch Diese Ecken passen irgendwie nicht Die Ecken passen irgendwie nicht Ey dieses Wisst ihr was ich geil finde in diesem Game? Es hat diese Rätsel und dann regnet es draus noch und dann hast du diese geile Atmosphäre im Game Es ist halt sehr entspannt zum zocken So es brach Ähm 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 Naki Vielen Dank mit Apollo Ich muss mich konzentrieren Das passt Sind die jetzt Das hier vielleicht noch? Das hier ist schwierig Wie könnte das hier passen? Aha Was? Was? Wieder ein Talisman? Okay Ich glaube das müsste der Flur sein hier Ne? Okay Gehen wir mal durch Hier lang? Echt? War das schon mal hier oder was? War das schon mal hier oder was? Hä? Der Depression mit dem Alkohol zu versinken Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an Hä? Also jetzt verstehe ich gar nichts Das verstehe ich nicht Aber sie ist aber Aber sie ist abrupt verstummt Als ich aufgewacht bin Das Knall in meiner Bürotür hat mich geweckt Ein Bote hat ein Telegram von Mrs. Saunders gebracht Sie hat eine Spur bei der Suche Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Also ich habe es nicht verstanden Ist der jetzt in einer anderen Welt? Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Ach der ist einmal in seinem alten Büro Okay Das ist sozusagen in die Vergangenheit gereist Äh Teilbald Das war's Gehe Essen Brudi noch ein schönes Film Gute Nacht euch an Danke dir mein Lieber Vielen Dank nochmal für deinen Wait Ich hoffe wir sehen uns wieder Ich schaue mal nächstes Mal bei dir mal so rein Ähm Und ja Ich schlafe gut auf jeden Fall Äh Habe ich irgendwas vergessen? Zert ist übrigens deiner schon Dass die Kinder Lied hoppa hoppa bereit reingeschrieben Höchst du nicht schlipp? Äh so So ist brav Jetzt hast du zweimal geschrieben Äh so Was gibt es eigentlich zu essen? Ähm Ja habe ich irgendeine Nachricht vergessen? Ne ne Ich hätte jetzt wieder Bock auf Rahmen-Chat Ne Ist das wieder Zeit für Rahmen? Schreibt der Schlüssel So Was steht da? Aha Die Reise zu finanzieren So habe ich ihn dann gefunden Das dachte ich jedenfalls Also warte weil sie seine Tochter entführen? Ne ein Mädchen entführen Ne seine Tochter ja What the fuck Aber er hat das Er hat den Fall nicht gelöst aber wie Oh Digga wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir jetzt in der Stadt oder wat? Okay wir müssen der Spur folgen Hier gehts lang Und jetzt? In das Haus hier rein? Ne hier rum Thornhill War kein schlechter Kerl Aber er hatte seine Prinzipien Und die ließen nicht zu Dass er Informationen über seine Kunden rausrückte Ich musste also Bezeichnungsarbeit leisten Ich habe Bock auf Schokofresh Und Maxichen Das stimmt Schrotflinkpatron Chat Was sagt ihr ist das Beste? Maxichen oder Miltschnitte? Oder von Kindern Was sagt ihr ist wirklich das Leckerste von allen? Alles gut Kiri, tut kein Schuss Mr. Saunders hatte Thornhill Ein wertvolles Gemälde verkauft In der Hoffnung es würde genug Geld bringen Um unterzutauchen Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer Es hatte etwas Hypnotisches an sich Es schien nach mir zu rufen Es sagte mir ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht Ich fühlte wie ich in das Gemälde stürzte Nur Thornhill war es Der mich wieder herausriss Indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte Hotel St. George Er wollte dass ich verschwinde Er wollte dass du verschwindest Ich kann auch nicht leugnen dass es passiert ist Was geht denn jetzt ab? Ich benutze mal den Trank Kann ich den nämlich mitnehmen Er zockst gerade dasselbe Schüge wie ich? Geil Oh, Nesquik ist auch richtig lecker Chat Hab ich auch lange nicht mehr gegessen Erinnert euch noch an Nesquik? Die hab ich mal früher zur Schulzeit gegessen Mitch und Maxik und Bueno waren die außer Maxikin und dann Bueno Oh, Bueno ist auch 10 von 10 Ich würd sogar Bueno sagen ist einer meiner Favorites Eigentlich müssen wir die gar nicht besiegen Mal wie viele das sind Die Karte ist ja nusslos Das ist halt das geile hier an dem Spiel Du musst einfach gar nichts benutzen Tür ist zu Mal vorbeigehen Das ist halt einfach das krass an dem Game Du musst einfach die Munster nicht besiegen Einfach aus dem Weg gehen Chat Also manche ja, aber die jetzt manche hat nicht Deswegen meine ich ja Das Game ist gar nicht so drauf ausgelegt Dass man diese Action hat Sondern es ist eher so das bisschen Mysterische, also dieses Mysterium Was sich um die Geschichte bildet Das wird so mehr in den Vordergrund gedrückt Okay, hier gibt es anscheinend einen Unfall Auf dem Weg zum Hotel holte mich die Mordengänge ein Ich schuldete denen Geld Viel Geld Ich erinnere mich nicht einmal mehr Wofür ich es ausgegeben hatte Vermutlich ging es um irgendwelche dummen Spielschulden Die sich immer weiter anhäuften Weil ich sie nicht bezahlen konnte Ich schickte einen von ihnen zu Boden Und die anderen reibten davon Ach du Scheiße Können wir nicht da lang? So, wie kommen wir hier durch? So, wie kommen wir hier durch? Vielleicht hier dann? Auch nicht Die Glocken läuten! Also, wohin jetzt sehe ich das Geilste was gibt Ja das stimmt Let's Kick esse ich immer noch diesen Schokosnack Ja, die esse ich gar nicht mehr tatsächlich Ah, die Tür öffnet sich Einfach vorbeigehen Ganz easy peasy Ding So, wir sind im Hotel angekommen Seltsame serviert So, was geht mein lieber? Hotelrechnung Eine Hotelrechnung, die auf den 21 bis 25 Dezember 1928 datiert ist 12 Dollar Digga, 12 Dollar Was kriegt man heute für Tage für 12 Dollar? Single room für 10 Dollar Dinner 1,50$ Wenn ich das so mit Red Dead vergleiche, ne? Da ist es ja so gut gemacht, dass zum Beispiel So 5, 4 Dollar, dass man da schon sehr viel bekommt Bist du was ich meine? Damals war es halt echt so, ne? Dass man für 10 oder 20 Dollar, das war schon sehr viel Geld für die damalige Zeit Ich hatte ihn gefunden Und heute gibt es einfach Trinkgeld damit Die Handschrift eines gewissen Ted Stryker Das war er, ich konnte es fühlen Der Entführer, den ich jagte Ich legte meine Schlagringe an und eilte zu seinem Zimmer Okay, dann eilen wir mal so zu seinem Zimmer Und mal gucken, ob der Ob die Person dort ist Etwas an dem Namen Ted Stryker Kommt mir vage bekannt vor Ted Stryker Hab bei dir Leute nie tatsächlich die Glocken echt? Okay, das ist krass Visitenkarte David Torfels Visitenkarte Aber dort habe ich sie nicht gefunden Ich muss ihnen gefolgt sein, aber wohin? Wohin? Okay, hier fehlt noch was Also der ist anscheinend doch nicht hier gewesen Da hinten ist noch ein Hinweis Schlüsselgegenstand Eine Seite, die aus seinem Telefonverzeichnis für Geschäft herausgerissen wurde Vielleicht hat das Was damit zu tun? Okay, jetzt müssen wir das richtig platzieren David Fornhal So Ich kann, dass das passieren David Boarding School David Boarding School Ah, guck mal Das ist Hotel St. Charlie Das ist das 350 Da vorne So, und jetzt müssen wir das noch richtig drehen Das stimmt Er war auf der Flucht Er hat sein altes Leben in New Orleans hinter sich gelassen Um in Tallahassee etwas Besseres zu finden Er nahm seine Tochter mit Gegen den Willen ihrer Mutter Darum hat sie mich angeheuert Aber ich habe ihn aufgehalten Bei der Pearl River Bridge habe ich ihn eingeholt Okay Also der ist weiter geflohen Richtig So, machen wir weiter Kennt ihr das, wenn man ein Friedhof ganz in der Nähe von seinem Haus hat? Wie ihr habt ein Friedhof so in der Nähe von seinem Haus? Äh Ersatz Hallo oder Heizen Ist auch Kosenamen für die Pflaume oder Schmuckkisschen genutzt Hey, was meinst du schwarze Beispiel? Pearl River Da habe ich sie dann eingeholt Der Schattenmann wollte, dass ich das hier noch einmal sehe Aber ich sehe es immer noch nicht Was habe ich vergessen? Aber warum wollte der Schattenmann, dass wir das hier sehen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun, ist die Frage Also wir wissen zumindest, er hat jemanden gejagt Der seine Tochter entviert hat, ist dann halt sozusagen abgehauen, geflohen Und der hat ihn halt sozusagen auf dem Pearl River eingeholt Soweit ich richtig verstanden habe Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ist das der Ist das die Brücke, von der ihr mir gerade erzählt hattet? Okay, hier geht es nicht ins Zimmer Wer denn? Grace? Wie? Was macht denn Grace dort? Ah, sie wurde entführt von dem Vater Ah, sie wurde entführt von dem Vater Was meinen Sie? Dieser Tag, der... Es passiert so viel Ich kann... Ich hab wohl den Kopf verloren Ah... Ich meine... Es tut mir leid Es tut mir leid Ich denke, ich kann das auch nicht erklären Du bist nur ein Kind, Grace Es tut mir sehr leid Ich wollte das alles nicht Lügen Mehr Lügen Nein, im Ernst Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben Ich wusste nicht, ich... Ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht... Um dich kümmert Ich weiß nicht, wie das geht Was soll das? Eine Art von... Schuldeingeständnis Vielleicht Akzeptanz Der Schattenmann will es so Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es Er ist da unten Voller Angst, nicht rauszukommen Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt Was sagst du da? Wir müssen ihn retten Wir? Machen sie das selbst Ich bin da unten bei ihm, wie sie wissen Also, äh... Jetzt macht's Sinn Kann ich sie wirklich retten? Es ist alles so lange her Ich muss einen Weg finden, um dort runter zu kommen Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen Es gab bei dem Haus ein Boot Dort, wo ich reingekommen bin Wenn ich die Brücke heben kann Sollte ich zum Auto kommen können Okay Also, es gab einen Unfall Moin Chris, was geht? Alles gut bei dir? Ähm... Es gab einen Unfall Und, ähm... Also, der Vater ist sozusagen mit Grace abgehauen Dann ist der Vater sozusagen in den See reingefallen Und... Er hat wahrscheinlich sie gerettet in dem Moment Also Grace gerettet Aber der Vater ist wahrscheinlich ertrunken, oder? Aber warum denkt ihr, er könnte jetzt die Story ändern? Nichts passiert Als würde etwas sie festhalten Aber was? Irgendwas würde sie festhalten Was geht denn jetzt ab? Chat? Was geht denn jetzt ab, Chat? Muss sie runter? Irgendwas hält das Gefäß hier, diese Tentakel Ah, ich muss sie freischlagen Alles mal weg Ah, wir werden in den Ding durch Tschüs Das Gamebuck dann noch Ja, das ist doch Bruder, was ist das für ein Viech? Alter Jetzt können wir das steuern, oder? Bruder, halt mal auf! Scheiß Viecher, ey. Die mich abfacken. Bruder, nein! Ich muss doch so langsam nachladen, ne? Lade doch nach, Bruder! Lade doch nach, Bruder! Jetzt! Alle besiegt? Hey, jetzt müsste es doch gehen, oder nicht? Äh, Kirito, schlaf gut, mein Lieber! Wir sehen uns im nächsten Stream! Wo ist das? Okay, wir haben alle besiegt! Und alle ranken freigeschaltet, oder nicht? So! Warum kann das Ding jetzt nicht bewegen? Also, die Viecher waren übelst nervig, ja! Was ist das Ziel? Ich finde einen Weg, die Brücke zu heben! Aber ich kann damit irgendwie nicht interagieren! Das ist halt das Komische! An die, äh, die Fläde war ich viel... Ähm, Viecher erinnert mich an die aus Silent Hill, waren die auch so? Merkig, oder was? Warum kann ich hier nicht hiermit interagieren? Ist das ja bugt, eventuell? Hm... Vielleicht müssen wir mal wieder runter! Schauen... Ich glaube, wir müssen wieder runter, oder? Bewege das Boot... Beim Haus zum Versinken, ja... Warum ist deine Stimme so tot, Digga? Hä, warum kann ich das nicht auslösen? Warum bewegt sich das Ding nicht? Ich glaube, das ist ein Bug! Oh, sag bitte nicht, das ist verbuggt gerade! Doch, wir kommen ja nicht weiter! Wir kommen ja nicht weiter, Chat! Vielleicht müssen wir den Rest der Viecher killen? Schau mal! Aber es sind viel zu viele, kann mir nicht vorstellen! Hm, wo war denn der... Hier geht's runter, richtig? Ja, diese Musik als Weckertum wäre schon was! Und TikTok, ihr könnt auch gerne übrigens auf Twitch kommen, wenn ihr das Ganze im Breitbild sehen wollt! Der Name steht hier... Das ist hier lang, ja, ne? Alter, nerven diese Viecher, ne? Da geht's nicht lang! Von wo sind wir denn gekommen? Ah, von hier! Ich glaube, wir müssen aber jetzt nur zum Boot gehen! Und, äh... Das Ding einschalten! Wo war denn das Boot? Boah! Hey, war das nicht hier der Steg? Der war da hinten! Wie komme ich denn da rüber? Der war da hinten! Wie komme ich denn da rüber? Halt's, Maul! Ich schon weiß, das hackt so ab! Hängt's bei euch, Chat? Hängt der Stream bei euch, Chat? Okay... Moin, Pedita! Was geht, was geht? TwitchConHype, wann ist denn die? Gehst du da hin? Mir läuft's gut, und ich... Okay... Bewege das Boot! Wo ist denn das Boot? Also, wie komme ich denn da hin? Muss ich auf die andere Seite vielleicht? Da geht's nicht lang! Ach, das ist auf der anderen Seite, Bruder! Und ich lauf' hier so wie ein Beklopter rum! So... Uh! Was ist das für ein Monster? Oh nein! Oh, nicht die schon wieder! Das sind diese scheiß Sumpfmonster! Und jetzt können wir nämlich das Boot bewegen! Wir müssen einfach nur das Boot bewegen! Oh! Das... Oh! 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 Und jetzt versucht er ihn zu retten, oder was? Was geht denn jetzt ab? Mein Gott, Carmbi. Geht's ihm gut? Gehen Sie nicht weg. Ich mache mir Sorgen um sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Die hört sich wie eine Zigar. Es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Darcedo einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Greys Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily? Keine Sorge. Ich habe es fast. Ich bringe alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Ich stahl das Kind und ließ ihn ertrinken. Ich kenne auch wieder kein Deutsch mehr. Am Anfang konntest du wählen, ob man sie spielt, ob man ihn spielt oder die Frau. Sind das auch unterschiedliche Storys? Im Grunde genommen sind es andere Szenarien, die einen treffen, aber man kommt zum gleichen Ende, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall beide Storys durchzuzocken. Es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber meistens ähneln sie sich sehr. Zumindest sind wir an den gleichen Szenarien, wo wir auch mit Edward waren, also mit ihm waren. Deswegen habe ich überlegt, ob wir eventuell jetzt, wenn wir die Story durchgezockt haben, dann noch die andere durchzocken, wisst ihr? Dr. Greys Wohnung. Wo ist denn Dr. Greys Wohnung? Die ist doch hier. Warum ist es so grau? Komme ich da hin? So, 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 einmal rum, okay. Hä, ist die jetzt abgeschlossen? Komme ich gerade nicht von dort? Warum ist das Ganze so lila hier? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hä, warum ist jetzt hier die Tür wieder zu? Hallo, ist jemand da? Ich kann nicht weg. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich will mal ein bisschen. Willkommen, diese Stimmen. Hat sich die Tür gerade automatisch geöffnet? Wartet mal. Okay. Detective, bin ich froh, Sie zu sehen. Schließen Sie bitte die Tür ab. Ich glaube nicht, dass Dr. Ray davon begeistert wäre, dass wir hier herumschnüffeln. Was geht hier vor sich? Das fühlt sich alles so seltsam an. Na, was geht, meine Hübsche? Haben Sie etwas gefunden? Was? Ja, ich habe ein paar Dinge gesehen. Okay. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie über etwas reden wollen. Hm, hm. So, dann schauen wir uns mal um. Es fehlt ein Buch hier. Ein falsches Buch. Aha, was, wenn wir das hier einsetzen, dann öffnet sich wahrscheinlich ein Durchgang hier, oder? Was haben Sie getan? Ich habe nur eben die Bücher neu arrangiert. Nun kommen Sie, sehen wir uns das an. Ja, kommen wir jetzt, meine Hübsche. Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Dr. Gray arbeitet hier mit einer Art Massenhysterie. Was ist denn das für Zeichen hier? Ich bin wegen Ihres Bruders Philipp hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Hm. Ja, Sie kommen aus der Sattow, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Und dann steigern Sie sich da rein. Die Realität verschwindet mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir ja etwas anderes erzählen. Etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht real ist, aber das Ihnen wichtig ist. Juan? John? Wer ist John? Nein. Juan Luis Hoche. Warten Sie kurz. Juan Luis Hoche. Das war dieser eine Typ, dem wir begegnet sind an dem Baum da, ne? Ist er, oh, ist er der Autor? Der Autor von was? Von dem Buch? Es ist ein wunderbares Buch. Es hat mein Leben verändert. Der echte Juan ist schon lange tot, aber ich stelle mir gern vor, er sei mein Freund. Er stellt sich den Autor von dem einen Buch vor. Aller bester Freund. Verstehe. Machen Sie das oft. Also über Leute fantasieren, über die Sie lesen. Nein. Naja. Es gibt noch... Jacob. Wer ist Jacob? Wer ist Jacob? Schlagen Sie die letzte Seite auf, Doktor. Oh, ein Zeitungsartikel. Der Gefangene aus dem Eis. Jacob van Oster. Das ist also Ihr guter Freund. Oh nein, Doktor. Ganz und gar nicht. Er ist das Feuer, mit dem man Feuer bekämpft. Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihre reizüberflutete Vorstellungskraft, Ihre Manie behandelt werden muss. Es ist Feuer mit dem Feuer bekämpft. Ich weiß, dass Ihre Familie es den Harbrot-Fluch nennt. Aber seien Sie versichert. An Ihrem Zustand ist nichts Übernatürliches. Das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und das ist genau mein Spezialgebiet. Eine Heilung ist möglich und zeitlich absehbar. Zeitlich absehbar. Ja, es wird eine Zeit geben, in der wir Ihnen alle Dämonen ausgetrieben haben. Alle Schattenmänner. Ja! Bitte, Mr. Harth. Was? Was geht denn jetzt auf? Warum schreit der so? Ihr Onkel und ich hatten gerade unseren ersten Durchbruch. Was? Also er stellt sich sozusagen Jacob und diesen Luis Jorge immer wieder vor. Und der Jacob ist derjenige, mit dem er Feuer bricht? Einmal Hörbuch wieder. So ein Gucko ist das. Übersetzt von Nikolaus Wachig finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch, der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes. Dass es angemessener wäre, ihn Wurmdolch zu nennen. In Anlehnung an den lateinischen Wermes Kultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz Buch Wermes Mysteris wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Wachigs große Anstrengung schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prinz den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Sönigdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Falle des Dolches doch die Übersetzung nicht so hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Wachig mit seinem Patronen... Tee, was ist das für ein Text? ...wachig mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gaben. Wachig hatte Prinzverwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird, so wie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Wachig sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinzbuch zu beschreiben. Boah, reicht, ich kann das nicht mehr. Das ist ja wie ein ganzes Hörbuch. Abgeschlossener Schrank. Was haben Sie da über Massenhysterie gesagt? Der Sado scheint einen geisteszersetzenden Effekt auf alle zu haben, die in der Nähe leben. Es hat eine Vorgeschichte mit Kulten, die hier entstanden sind und eine Naturgottheit angebetet haben. Sogar der Name der Sado bezieht sich auf einen Kult, der vor dem Bürgerkrieg hier wirkte. Der Sado war der Name einer antiken Fruchtbarkeitsgöttin, die in Syrien angebetet wurde. Dr. Grey und seine Freunde scheinen allerdings, die schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen vorzuziehen. Und dieser Name kann nur dem verdrehten Verstand meines Onkels entsprungen sein. Und das hat das zu bedeuten? Okay, also hier müssen wir irgendwie den Schrank öffnen. Wir brauchen wahrscheinlich irgendeinen Schlüssel für den Schrank. Gute Nacht, Hakogon. Schlaf gut. Sieben, war wirklich lustig. Freut mich zu hören. Wir sehen uns morgen, nächstes Team wieder. Scheint so, ne? Pats' mal, da unten liegt irgendwas. Ah, das ist das Set. Tür ist verschlossen. Warum sind wir die andere Blickrichtung nicht? Guck mal, die Fledermäuse. Warum hat der hier die Fledermäuse? Glauben Sie, dass alle bei dieser Kurzsache mit drin hängen? Auch Jeremy? Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie zu diesem Zeitpunkt noch eine Wahl haben. Wir müssen einfach einen Weg finden, das alles aufzuhalten. Okay, und wie machen wir das? Können wir hier nicht einfach einen Deutsch oder so platzieren? Ich glaube, ich habe alles durchsucht oder habe ich... Ah, guck mal, warte da. Da ist auch, glaube ich, ein Schlüssel drin, oder? Möbelschlüssel. Genau, und den können wir jetzt für den Schrank benutzen, ne? Um zu schauen, was sich drin befindet. So, zack. Einmal hier runter. Und öffnen wir den mal. Telefon! Hallo, ist jemand da? Was ist das für eine Steuerung? Hä, war das ein Bug? Bruder, geht doch ein Telefon. Es klingelt. Was warst du so lange? Hallo? Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schatten, Mann. Sie können ihn nicht retten. Tja, ich habe es lang alles getan, was er wollte. Und es gibt nur noch eine Sache auf der Liste. Ich erwarte, dass er sein Versprechen hält und Jeremy unversehrt zurückgibt. Mehr Zeit haben wir nicht, Detective. Wir sehen uns bald. Was war das? Okay, wir müssen jetzt hier in diese andere Welt rein. Wir brauchen dafür aber nochmal einen Code für den Talisman. Welche, was sieht denn? Ich war so damit beschäftigt, Ihren Onkel aus dem Versprechen zu lösen, das er dem Schattenmann gegeben hat. Schätze, ich habe alles andere irgendwie schleifen lassen. Keine Sorge, Detective. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Ich bin mir sicher, Jeremy wird auftauchen. Wenn er Teil des Kultes ist, wird er das Johannesfest nicht verpassen wollen. Ich brauche nur genügend Informationen, um ihm die Wahrheit klarzumachen. Ich hoffe, Sie haben recht, aber ich bezweifle, dass er auftauchen wird, solange der Schattenmann ihn in sein Versteck treibt. Liegt hier irgendwas auf dem Boden? Wo denn? Vielleicht mit der Uhr? Der sagt irgendwas mit der Zeit. Vielleicht was mit der Uhr? Könnte natürlich auch sein. Also, wir brauchen... Hat er irgendwas in den Uhrzeiten gesagt? Die Schlangen, der ist besessen im anderen Zimmer. Im anderen Zimmer ist eine Zeichnung auf dem Boden. Wo denn? Ah, stimmt. Hier ist ja eine Zeichnung auf dem Boden. Gleiche, das muss er das auf dem Boden des Schlafzimmers an. Tiger, was soll ich damit machen? Ah, okay. Ich habe es gecheckt. Einmal in rein. Okay, okay. Ich habe es gecheckt, Chat. Wir haben nämlich... So. Wir müssen das so richten, wie auf der Zeichnung. So war das, glaube ich. Am Bett befindet sich irgendeine Kiste. War hier irgendeine Kiste? Jetzt kommen wir, glaube ich, in die andere Welt. Guck mal, da ist ein... Da ist ein Durchgang, rechts. Im Kleiderschrank. Nein, nein, das Telefon ist kaputt. Boah, rechts ist ein Durchgang. Was ist denn jetzt da? Warum leckst du das? Schafrott. Ich glaube, das werden Sie sehen wollen. Ist etwas in dem Schrank? Komm doch, komm doch. Siehst du das nicht? Herr, warum sieht sie das nicht? Wir sehen uns später. Gehen Sie in den Schrank? Ja. Haben Sie da ein Problem mit? Nein. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective. Tut mir leid, ich wollte nicht. Die denkt auch, wir sind verrückt, Chat. Adieu, Miss Hartwood. Adieu, Miss Hartwood. Boah, ist das für ein grelles Licht. Betrittas Portal in eine andere Welt. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Sind wir wieder auf dem Schiff? Wo lang muss ich denn? Ah, nee. Irgendeine Schneelandschaft. Waren wir nicht schon mal hier? Eine Leuchtpistole. Was soll? Die bringen die Leuchtpistole. Da hinten ist irgendwas. Alter, was für ein Sturm. Müssen wir jetzt so eine Eishöhle betreten oder sowas? Das ist schon geil gemacht, ey. Boah. Das sind doch Polarlichter, oder? Alter. Das sind doch Polarlichter. Wie krass. Ey, ohne Witz. Irgendwann ist es echt mal ein Traum von mir. So Polarlichter zu erleben. Das wäre echt schon... Das wäre schon geil. Mal sowas in echt zu sehen, ist schon heavy. Alter, was ist da hinten? Was bewegt sich da? Und da suche die Ruinen. Ah, wir sind in den Ruinen. Jetzt müssen wir wieder gegen irgendwelche Monster hier kämpfen. Hey, sie. Was machen sie hier? Was ist das für ein Ort? Ja. Hey, ganz locker. Ich bin nicht ihr Feind. Geht es nicht. Geht es nicht. Geht es nicht. Die, es bringt ja gar nichts, das Ding. Ist er weg? Tötet Jakob von Osteen. Starte. Okay, ist das Ding stehen geblieben? Ah, wir müssen diese Dinger richtig platzieren, oder was? Tschüch. Okay, wir müssen das so richten, dass es mit dem Stern passt. Okay. Okay, wie richten wir das Innere? Das ist diese eine Sternform, die wir aus dem Buch kennen. Und jetzt ist noch das Innere, ne? Das war's. Alles richtig. Hä? Oh, was geht denn jetzt? Was? 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 Was passiert denn hier? Oh mein Gott. Was war das für ein Geschrei, Digga? Darum die Leuchtpistolen, Digga. Und ich frage mich so, wozu brauchen wir diese Leuchtpistolen? Was ist ein Geschrei, Digga? Meine Ohren, meine Ohren, Digga! Boah, was ist das denn? Bosskampf? Digga, was ist denn Bosskampf? Das ist auch geistkrank. Er hat mich schon gut genommen. Er hat halt fett Damage. Boah, was ist das denn? Viech? Was ist das denn komisches Viech? Ah, jetzt durchlaufen wir alle Welten, ne? Guck mal. Krass. Das ist wahrscheinlich der Schattmann, ne? Jeremy? Das war's. Ich hab alles getan! Bist du zufrieden? Dummer Scharlatan! Was willst du noch von mir? Soll ich meinen Verstand verlieren? Was geht denn jetzt ab? Der hat irgendwen anders geschlagen, glaub ich, ne? Kapitel 5. Ich glaub das ist sogar das letzte Kapitel jetzt, ne? Das müsste das letzte Kapitel sein. Hä? Ist es im Rollstuhl? Hä? Ist es im Rollstuhl? Gumbow? Was ist denn Gumbow? Schön, dass sie zurück sind. Sie haben uns ziemlich erschreckt. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch. Die raue Behandlung tut mir leid, aber sie waren gewalttätig. Sie sind auf Jeremy los und haben Dr. Grey geschlagen. Sind sie... okay? Jeremy ist etwas seltsam, aber alles ist wieder normal. Wirklich? Nur dank Ihnen, Kompare. Wollen Sie versuchen aufzustehen? Okay, es scheint alles wieder seinen normalen Lauf zu nehmen. Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Wie geht es Ihnen, die Tatsache? Ah, Jeremy ist hier wieder da, oder was? Ganz normal? Hey Jeremy, ich hab Ihnen nicht so arg weh getan, oder? Alles ist gut. Alles ruhig. Der Typ ist so komisch, ne? Was ist mit dem? Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halblähten Schlachters haben, war der Stich eine Logotomie für Jeremy. Logotomie? Ist er denn was? Es ist sehr beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den eine Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich. Solange ihm jemand zu essen gibt, wird er uns noch alle überleben. Okay, krass. Jeremy ist high as fuck. Ja, alles wieder normal anscheinend, ne? Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie alles jetzt plötzlich wieder normal ist. Na, was geht im schönen Ruf? Ebenso Detective. Aber bleiben Sie doch für die Feierlichkeiten. Ja, klar, wenn du willst. Sollen wir ein bisschen feiern mit dir? Wie? Okay, dann gehen wir mal zu Emily. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Detective. Uh, lecker. Was gibt's denn? Gambo? Danke. Ich esse ihn später. Was ist denn ein Gambo-Chat? Ist das eine spezielle Suppe? So, dann warten wir mal auf Miss Hartwood. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob wir alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Auf was? Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zu gut. Was? Gut oder nicht? Wir müssen weitermachen. Nur Mut, Doc! Setzen wir alles! Aber wir wissen nicht, was geschehen wird. Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. Was geht denn jetzt ab? 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 Die Hände waren nochmal Ziegelöschchen zwischendurch. Seid ihr verrückt? Das ist was geschehen, das kommt her. Nein! Siehe! Oh Gott! Ich wusste, dass irgendwas nicht normal ist. Die sind eine Sekte, Chad. Die sind alle damit involviert. Die sind alle damit involviert. Oh mein Gott, wie neutral, Digga. Tschüss! Ach du heilige Scheiße, was geht hier ab? Digga! Halt die schwarze Ziege der Welt auf! Oder was geht denn jetzt ab? Moin Marie, was geht, was geht? Jetzt verstehe ich, was Jerry gemacht hat. Er hat einen Pack geschlossen, damit diese schwarze Ziege nicht von diesem Ort entkommt. Jetzt macht's Sinn. Guckt euch mal diese Leichen an, wie brutal, Digga. Das ist ja krank. Und ein Woof! Lebst du noch? Ach du heilige Scheiße! Guck mal, alle sind tot! Alle sind tot! Das heißt, ich konnte mir sind direkt eine Eskation pur, ne? So sieht's aus! Das ist so extrem lauter, kommt mir das so vor. Oh, warte mal! Oh, übersteuert das, du krass! Das ist ja Backdoor, warum übersteuert das? Warum muss ich denn? Boah, Digga, war das laut! Also ich kann wieder lauter machen, glaube ich. So, Chat! Übersteuert das, Mann! Alter! Jetzt musst du gegen das Viech kämpfen, ne? Das war's! Das war's komplett! Muss ich einmal draufschießen? Also wie in Westin-Evil die Dinger treffen. Boah, hat der noch was? Hier? Diese Blubber-Bläschen-Treppen. Einfach Riesi-Monster! Einfach Where's-and-Evil-Monster! Ich schaff' alles! So, das hier haben wir... Was ist denn jetzt? Oh mein Gott, das war's! Was muss ich denn da machen, Digga? Felsen-Felster-Flech? Was war's? Digga, wie viele Leute sind das? Das ist ja richtig ein Schiss! Ist ja eine Beine, Digga! Boah, das ist ja richtig Abfahrt, wie geil Und dann noch, wir können nicht mal hochklettern, oder? Können wir nicht hochklettern hier? Boah, Digga, das Nachladen ist so ein Mühe hier, ne? Das Nachladen dauert zehn Jahre, guck mal Die Prämonitionen da gleich, ne? Das Leben ist auch gleich weg Oh, Digga, fuck Diese scheiß Hicha Ich habe keine Kuh mehr Ich habe auch nichts mehr zum Leben, Digga Ich habe nichts mehr zum Heilen Ich bin gleich tot, Digga Ich habe keine Kuhlle Ich habe nicht mehr Ich habe hunting Ich habe keine Kuhlle Ichke O-Oh, Digga O-Oh, Digga Team Anta Wie, 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 Digga? Was für ein Schrott Digga, was soll ich dazu sagen, Chat? Kann man dazu noch was sagen? Ich habe innere Aggression, Chat Ich brauche Schokolade Wer fühlt sich? Ich möchte es echt nicht, Chat, sorry Ich muss das Essen helfen, jetzt packst du es, hoffentlich Ich denke, dass die Szene auch 10.000 Mal hintereinander kommen, ne? Ist auch geistert Ich glaube, das ist disease Sie arbeiten sehr wenig attitude Ich werde es bereits Aber ich werde es nicht Gerauchen her, oder? Du hast es eine paranoia crise department pf, ver Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dieses Nachladen der Waffe, das triggert mich so hart, weil das so 100 Jahre braucht. Das war's für heute. 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 So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Puste es nicht. Wie geht's dir, Liebes? Mir gefällt es. Sie haben's kaputt gemacht, aber ist schon gut. Hehehe. 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 Sie kommt mit. Sie ist wichtig. Natürlich nehmen wir sie mit uns. Tja, jetzt hab ich die da lassen. Wir sind schon asozial, Bruder. Die Mädchen. Nö, kannst du nicht mitkommen. Okay, krass. Und das wäre Alone in Bedarf, oder was? Fall abgeschlossen. Und das war's. Das war Alone in Bedarf. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da und lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.